Äh, weiß ich nicht. Was? Die Heat-Boys geht in ihre Normal-Boys zum, äh, Briefing-Container zu bringen. Oder zu sagen, wir sollen hingehen. Ey, da krabbelt ne Schlange die Treppe runter. Yes. Oh mein Gott. Was ist denn so ein Politiker? Was ist denn los mit dir, Juck? Wie geil, die kommt ja vorne. Es ist kein Laptop da. Die kamen grad die Treppe runter. Ne, kein Putin-Forno. Ja, da kommt die Ange ran, sehr gut. Ja, Funkcheck. Ne, nicht Carry, ich will mich hinsetzen. Guten Abend, meine Herren. Hallo, Snow. Guten. Oh, wie setzt man sich da hin? No. Mit Ace-Interaktion, fremde Aktionen, Senen, Snow. Marie. Mango. Was? Ich will mich jetzt ganz stillstehen, merkt er nicht, was ich darf. Nein, ich bin, das sehe ich doch. Soll ich das Zecken machen oder nicht? Soll ich das auch machen? Ja, komm, Molly, Zecken. Das ist aber schon geschehen. Äh, an alle, die in Funktion L1 sind. Ihr sollt zum Briefing kommen für die Infos. So. Zur Situation vor Ort. Äh, wir befinden uns schon länger im Bürgerkrieg. Die aktuelle Frontlinie ist die Rot eingetreten. Das ist ein Räumchen. Weil wir im Süden den Öl haben und die nicht sind hier relativ angebisst. Ähm, deswegen kämpfen wir gegen die Befreiungsfront von Terra, welche gegen unsere Monarchie an ihre Demokratie durchsetzen will. Das wollen wir ihnen austreiben. Wir haben mehrere Hauptziele, vier Stücke in der Zahl. Das ist einmal das Versorgungslager Hämmer. Das wollen wir möglichst intakt, damit wir das als Staging-Ground für weitere Angriffe nutzen können. Das gleiche gilt für das Treibstofflager in UNARA. Im möglichst intakt heißt hierbei natürlich, wenn sie es für sich so gesundheitlich verantworten können, das einzunehmen. Ähm, wenn es aussichtslos aussieht, dass sie das wirklich einnehmen können, dann steht ihr natürlich auch frei, das wegzubauen. Wenn nichts anderes hilft, dann brauchen wir halt länger, bis wir mit der nächsten Operation beginnen können. Ähm, sie sehen, die mit Kreis markierten Ziele sind Sekundärziele. Das ist einmal der Außenposten. Äh, sobald das Treibstofflager spätestens angegriffen wird, werden die sich wahrscheinlich auch den Weg machen und das Treibstofflager verstärken. Das erstmal zu den beiden unteren Zielen. Äh, nördlich der Bergkette haben wir die anderen beiden Zielen. Das ist einmal das Flugfeld Saragas. Ähm, das ist ein Radarkomplex mit angeschlossen. Das Radar soll zerstört werden. Die Flugzeuge sind in zwei Kategorien aufzuteilen. Das sind einmal ältere Propellermaschinen, die sind uns egal. Ähm, und warum wir überhaupt jetzt angreifen, ist, dass die Befreiungsfront hier etwas an russischem Equipment in die Hände gekriegt hat. Neuer im Baujahr. Aktuell denken wir, dass sie sowohl diese Piloten und, ja, Wartungstechniker noch aktuell darin schulen. Und bevor die damit fertig sind und auf die Idee kommen, eine große Offensive gegen uns zu starten, wollen wir ihnen zuvorkommen. Deswegen, ähm, weil die wahrscheinlich sehr coole moderne Jets geliefert gekriegt haben, auch wenn sie da noch nicht voll drauf ausgebildet sind, wollen wir die möglichst intakt erobern. Also wenn ihr Jetflugzeuge am Boden seht, bitte nicht kaputt machen. Wenn sie in der Luft rumfliegen und versuchen euch zu beschießen, dann könnt ihr natürlich gehen. Weiter nördlich im Dorf Arnoldstein, eher in der Stadt Arnoldstein, findet sich das letzte Ziel. Das ist ein Krankenhauskomplex. Dieser ist aktuell besetzt. Allerdings haben wir da einige loyale Bürger und Sanitäter, die zu unserem Königreich stehen. Das Problem ist, die werden da aktuell festgehalten und können auch der Zivilbevölkerung nicht helfen, weil sie kaum noch Material haben. Gerade da wahrscheinlich vieles von dem, was im Krankenhaus noch vorhanden war, von der Befreiungsfront für ihre eigenen Truppen abtransportiert wurde. Unser Ziel ist es also, das Krankenhaus zu befreien und die Sanitäter und vielleicht dort festgehaltenen Zivilisten zu befreien. Und anschließend liefert unsere Logistik mehrere Sanitätsmaterialien ins Krankenhaus, was die Sanitäter vor Ort dann an die Bevölkerung verteilen können. Zu beachten ist dabei die Garnison hier oben. Diese ist wohl relativ gut ausgestattet mit Truppen. Und sobald wir Zugfeld oder Krankenhaus angreifen, ist es wahrscheinlich, dass von da irgendwie sich was in Gang setzt, was uns dann entgegenkommt. Logistik haben wir per Helikopter. Und wir haben einen Multipurpose-Jet, Gripen mit Bomben, Raketen und so weiter, der CRS-Unterstützung liefern kann. Des Weiteren befindet sich ungefähr hier so, hinter dem Ding, die übliche Scope und Dönskiste. Da sind auch noch zwei Eimerwerfer drin, bitte teilt ihr euch auf und fragen. Wie sieht es aus mit Zivilisten in dem Gebiet? Ja, sind vorhanden. Da müsst ihr vorsichtig sein aus mehreren Gründen. Zum einen wollen wir natürlich keine uns gegenüber loyalen Zivilisten irgendwie verletzen. Zum anderen wissen wir natürlich von der Ferne nicht wirklich, ob die zu uns real sind. Deswegen am besten von Zivilisten fernhalten. Und wenn sie euch zu nahe kommen, ansprechen, Warnschuss, aber wenn möglich nicht erschießen. Wenn er wegrennt, ist es ein Wettkomm. Wenn er stehen bleibt, ist es ein disziplinierter Wettkomm. Weitere Fragen? Ich habe keine Ahnung, was ich weiß, was ihr habt. Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich euch freigeben, ihr könnt zur Scope-Kiste rennen oder so. Keine Ahnung. Scope-Kiste? Hoppala. Was ist hier oben? Ja. Die Jungs haben die 6,5 Millimeter knifften. Ja. Gibt es irgendjemanden mit einer besonderen Waffe? Heller. Heller. Guck am besten den ganzen Leuten einfach in den Rucksack und schreibt auf, was wir sagen. Ich habe 12,7 Millimeter Firefront APDS Max. Ja, schreibt das auf die Karte bitte. Danke. Und wir haben das MG, das sind auch andere Sachen. Und dann lauf einfach rum und guck den Leuten über einen Rucksack. Und der Grenadier will wahrscheinlich Granaten geliefert kriegen. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich die 40 Millimeter. Ja, aber der hat eine 3GL. Syyy, der will die 3GL. Nö, ich will nur mehr Kanaten Okay Ich bin einfach Wo ist Dölp? Hier ist meine Tränen in die Augen Ich kann es auch, ich würde das gut machen Ich habe vollstes Vertrauen Wo ist ein Dölp? Ich hätte gerne ein Thermometer noch Ein Thermometer? Yes, ich würde gerne wissen, wie warm und moist das hier ist Ist doch ganz einfach Finger anlecken, in die Luft halten und dann zählen Ich meine, ich habe einen Dagger bekommen Aber kein Kestrill Wo ist denn das MG? Ich hätte gerne das Kestrill, dass ich weiß, wie warm es ist Ja und vor allen Dingen, damit du weißt, wie viel Wind du hast Yes Ich meine Der Dagger ist bei mir gerade nur ein glorifiziertes GPS Weil ich keinen Vektor habe Dagger sind Bullshit Ich finde es ab und zu ganz interessant Mit den Funktionen rumzuspielen Da muss ich ran Ab Ende werde ich sowieso nach Gefühl schießen Aber man kann ja mal so tun Aha Ich höre sechs, no noises Aber ernsthaft Wo ist Dölp? Ich will in den Windmesser E-Pis, E-Pis E-Pis Ping Also Yes Ping I like it Yes Jo Nimm einfach ein Taschenmesser und halt es über deinen Kopf Dann hast du ein Windmesser Er wird tatsächlich aufgeschrieben habe Ich belieferte deine Munition Okay Ich glaube ja schon, keine Sachen Alternativ Red, hast du schon dein Login-Arsenal? Kannst du mir da mal so organisieren? Äh, ich glaube noch nicht Wahrscheinlich wird das auch eh da hinten erst Warte, ich guck kurz Okay, jetzt bin ich voller als voll Voll wie der Laderaum Hm, ich muss erst mal gucken, wo mein Heli-Mopper ist Hm Kriegen wir hier denn irgendwo Wozu? Hä? Oder Würde grad sagen Alex? Nope Einfach meine Jungs Wurden meins vorhin gelöscht aus der Logi-Liste, verstehe ich jetzt nicht Nein, ich gucke meine Extra-Bürste Ich kriege meine 40mm-Antrags Hm Weil wir sie hätten Es hieß, wir sollen Sonderwünsche auf die Karte schreiben Ich hätte gern 40mm-Antrags Wir müssen vielleicht doch nochmal Äh, auch auf die Munitions-Mod pushen Ja Äh, da wartet die Ja, Dolph reagiert, glaube ich, nicht Ah, yes Äh, oh, oh, doch, ja, oh, doch Ich glaube, er hat Äh, ich glaube, er hat es gehört Ja Ich habe nur irgendwann gemerkt, ich stehe auf einmal höher als Snow Äh, das reagiert gar nicht Das reagiert nicht Ich bin aber ein Test Er guckt einmal unter mich What the fuck Oh, man Okay So Dann Okay, let's go Let me see what we have Okay Let me have a look Ah Okay, ich dachte kurz, es funktioniert nicht Weil es mich nicht umschalten ließ Jetzt lässt du mich wieder nicht umschalten Hallo Ah Äh Äh Hm Ich bin überhaupt noch mal die Waffe Make it me small Was? Drehen? Okay Nee, wie ich die Waffe sicher Steuerung Sicher Yes Steuerung Ah, alles klar Und Circumflex Yes Pointy, pointy Pizze hat so ein Visier, holy shit Ja, da gibt es so ein Visier, da gibt es noch alles drin sein, wenn du willst Ja, es gibt immer eins davon in der Scope-Kiste Das ist völliger Bullshit Ich habe unten drunter 40 Millimeter liegen, die müssen reichen Ah, alle haben die MX Cool Yes Ja, ich mag es XM Jetzt beschwere dich nicht Yes Wie soll ich mich beschweren? Ah, da ist ja PD Ja Have fun Ich habe schon öfter gesagt, ich mag zwar das Konzept hinter der MX, aber ich finde die Waffe extrem hässlich Ja, sie sieht echt nicht so schön aus, aber sie ist fucking amazing Ich mag die lange Version davon Die MXR Nee, die MXM ist das Kann gut sein, ja Auf jeden Fall die schön mit einem 200-Round-Trommelmagazin-Kanal und Feuerfrei Okay, gut Das wäre dann die MXR Ja, gut, die einfach vorwärts und eindrehen Eindrehen Mehr eindrehen Ja, ja, fahm Samuel, wo seid ihr? Wir stehen vor Ah Hallo Also, du kannst dir das Fahrrad mitnehmen, wenn du möchtest Oh ja, dann fahre ich Quatsch Ja, du musst dir das Fahrrad mitnehmen, wenn du möchtest Also, du kannst dir das Fahrrad mitnehmen, wenn du möchtest Oh ja, dann fahre ich Quatsch Ja, damit du halt mobil bist, wenn ich dich irgendwo auf eine OB schicke oder so Damit du da schnell abhauen kannst Hardware-Kabelbinde, wir machen das hinten aufs Auto Ich denke mal, am Anfang werde ich nur BRF-Wartepunkt anfliegen müssen Huh, sorry Das Verheu dir jetzt schon alles Okay, der Lankradius ist ein bisschen enger als ich erwartet habe Sorry Ja, ich würde das über das Logo-System mit einzelnen Küsten einfach machen, oder? Okay, eine Kiste pro Team dann Genau Ich hätte dann gerne für das Krankenhaus Liebe dich, danke Aber für das Krankenhaus, ja, drei Sandkisten stehen schon dran auf einer Map Ja Die könntest du auch jetzt schon bereit machen, die anderen drum trauen Ja Ja Happy Advice, Jungs und Mädels, wir fahren los, wenn wir alle aufgesessen sind Kampstow fährt mit dem Quad hinterher Kickst du mit welches Fahrzeug, dann machen wir dann eins, zwei, drei Ja Wir sind das letzte mit drei und vier ist dann Kampstow Oh ja Oh ja, ich werde noch kurz, ich habe einen GPS-Tracker in meinem Ding, das werde ich hinter den Squad machen Ja, würde Sinn machen, ja Hallo Hallo, Lady Okay So, und da fliegt jetzt ein komische, ähm, ähm, Vietnam-Deep? Verpasst euch Activate So, kommst du auch vollbereit Ja, wir müssen noch warten, der Minister hat uns besprechen Wohl mein Mineraltar ist ein Miedendetektor Ja, das ist ein Miedendetektor Round and round Ich sch �oren So, kommst du auch schon an漂亮, was du auch gleich So, kommst du doch noch einen Rast Guess Hmm. 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 Das war's für heute. 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 Okay, gut. Das war's für heute. 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 In die Richtung ist dahinter noch was. Ist ja noch ein paar mehr Container. Also... Ja, ich sehe es. Ich würd die eventuelle Anzahl der erwarten, Infanterzen, auch so 15-20 erhöhen. Maximal jetzt. Weniger Aktivität, aber zwei Kompounds. Alles klar. Du hast gleich Feuerfreigabe. Sobald die anrücken, dann darfst du freiwirken. Ich? Deadman? meerwwahlen? gösterdiweat. NRW desires Jeses Yes. Yes, yes So, der Kampfauftrag nördlich von HP 1 Sobald der BMP 1 den Kiff in die Bumme macht, werden wir das Feuer auf dem Kampot also nicht wenn der BMP kämpft, sondern es schalten die Bombe eingeschraben Feuer und Unterstützung von Bernd, reichen den Kampot anbietet Weißt du, dass es ein Doppelkamp und rechnen Sie bis 15 Ich hab den Dude im hinteren Turm im Visier Stopp, Kerm, was? Was? Er war im Rückraum, das kam nicht von unten Wie? Pilot? What the fuck, der stirbt einfach nicht Au Die sind nur auf Alarm, will er nicht schießen Alles gut, Brian? Sorry Sorry Mason, das war meine Schuld Alles gut Kampso, ich versag dich Ah, er zielt auch mich Achtung Abwurf, mach dich frei, geht gleich los Der Typ hat irgendwie 700 Kugeln unten geschluckt Alles klar, bis zu, Brian Jawohl, da drin Ich hab bloß den Turm vor uns Annerleiner in den Angriff Wirklich, Turm ist down Lass mal kurz zurück zum BR-Strauss Wirklich, Turm ist auch down Schöne Neck Angriff freigegeben, Jungs Ihr dürft wirken, wenn ihr was seht Ja Ja Mit bei BMP Ist der andere Turm auch? Ja Ist er Hm Renatil, ein bisschen zurückheil halten Ihr habt gleich eigene in Nähe des Compounds Okay Bei der eigenen Dunse würde ich gleich nachdrücken, weil Ja Ja Ich verschiebe ihn, ich hab' den Baumweg Ich verschiebe ihn, ich hab' den Baumweg Das ist immer wieder schön, wenn die lassen Männer fetzen, Leute Oh ne, der ist gerade umgefallen Was ist das denn? Ja Ähm, Deadman Okay Ähm Koki, wo bist du? Ich glaube neben dir Ah 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 Der ist grad in der Luft hier Wo? Ist das Holz... oder ist das Holz auch? Noch nicht... also noch hab' ich keine ID gefunden, Tür Wie ist der Status da unten? Genau der geschossen Wir können sie ihre Position markieren, komm Nimm dir mal einen Teiltrupp und rück mal ein bisschen ran und der Rest soll dann nachrücken, sobald ihr da unten angesichert habt Die sind links irgendwo, die sind aber verwickelt im Feuergefecht Ich würde an die Ruine rangehen, dann würde ich einen schnazchen lassen, weil das nur zu 5 Kampfkämpfer und Brian, ihr bleibt erst mal kurz für diesen zurück, ich ziehe mit Snow und Tim erst mal vor Hier drüben Ein Stück weiter rechts Kannst du gucken, ob du gleich auf die andere Seite des Canyons verwechseln kannst, weil wir das hier geklärt haben Und guckst, ob wir eine Aufklärung irgendwie auf Krankenhaus oder Flugfeld kriegen Krankenhaus oder Flugfeld, warte, wie weit ist denn das? Ansonsten würde ich dir sagen, dass du jetzt Richtung... Ja, je nachdem, wie hoch ist der Blick? 130 Ja, wenn ich bis auf die 84 setze, habe ich mir wahrscheinlich einen guten Blick Allerdings, je nachdem, wie groß die Gebäude in der Stadt sind, Krankenhaus kann schwierig werden, Flugfeld sollte drin sein Äh, Deadman, wir haben einen Feinflieger in der Luft Hey, wieder eine Tunkhane, oder? Ja, vor allem Nein, leider kommen wir mal klar, ja, weiß nicht, Flieger in der Luft würden kämpfen Also, wie ich gerade sagen wollte, ansonsten setzt du bitte rüber, wenn dir das nicht so flüssig entscheint, auf OB? Links im Westen Und guckst, ob du ein Treibstofflager anblick kriegst, weil da ist ein bisschen weniger wahrscheinlich Also, ich würde mal so sagen, ich habe hier mal Position Possum 1 und Possum 2 markiert Da würde ich, von da aus würde ich wahrscheinlich den besten Blick auf das Gebiet kriegen So Ähm Der Endman ist nicht rausgesprungen War das eine Bombe hier zwischen uns? Äh, ich glaube ja Die hat aber recht wenig gemacht Wir sollten hier von den... ich gehe mal ein Stück weg Äh, versetzt bitte alle weg von den Gräben, der hat uns im Visier Und wir sind Richtung Osten So Also, kurz gesagt, ja, wenn du da was siehst, ansonsten äh Ja Ansonsten, ich... Ich gehe mal ungefähr wie ich dann... Wenn ich von... ich werde von da aus mal versuchen aufzuklären Ansonsten werde ich größtenteils über die Berge verlegen wollen Richtung deiner OB Ja Na, na, du Wiez Komm Komm, flieg an! Ja, ich bin auch schon die ganze Zeit aufgeregt auf dem Eis, ey, dass er so anfliegt Ja, also ich werde dann kurz warten, bis der unten ein bisschen sicher ist und dann werde ich verlegen Ich glaube, der kommt von Richtung, äh, Südwestern Ich glaube, der kommt von Richtung, äh, Südwestern Er entfernt sich aber weit, ich höre ihn jetzt nicht mehr gut Er entfernt sich aber weit, ich höre ihn jetzt nicht mehr gut Er entfernt sich nach Südosten zu entfernen, ein Kilometer entfernt von uns Ich... äh, ich würde raten, dass der Richtung legt, left Jetzt Ich glaube, er kommt wieder näher Warte Naja Er wird leise Ne, man hört ihn ja Ne, 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 der Stativ, der, der cyclet Er dürfte jetzt Von Osten Richtung Norden fliegen Er kommt wieder Er kommt Ja Flusser gesichtet jetzt im Osten von HP1, fliegt jetzt auch aus Osten auf uns zu Da war einer Ja, wo ist jetzt? Er dreht uns ein Er kommt noch nicht zu Er kommt noch nicht mehr Er kommt noch nicht mehr Kräfer zerstört Ja Äh, hier war irgendwo mein Quatsch Ihr da Genau Äh, du kamst vor, wie gesagt, nach eigenem Ermessen Meld dich ab und zu, damit ich noch weiß, was du lebt Jo Äh, was ist das für eine Position, das ist Das ist 068057 Guck, der ist schon tot Ist er schon? Ja 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 Ja, werden wir ja gleich sehen, wenn er unten ankommt Ah, ich meine, wenn du so in den Fallschirm hängst, dann bist du glaub ich tot, ja Ja Ah, nichts zwingt Er spielt tot Warte Äh Null Ups, und Woh? Na? Mal sehen 6 8 0 5 7 Safe Ja, alle aus der Kampfstorfe vom Alpha-Team, wir sitzen auch runter zum wir sitzen runter zu unseren Fahrzeugen um die gleich nachzuziehen Egal Hä? Was ist los? Da kommst du ja mit einem Quad um die Ecke gefahren das war wie mein Legende Yes Das hat aber auch, dass du nicht angegriffen wirst Ja Wenn wir setzen runter zu den Fahrzeugen wir ziehen die nach Hmm, cool User joined your channel Das ist ja eigentlich ganz cool, wenn dann der Waypoint-Bearing und so angezeigt wird Aber Ich fahre das bisschen um lieber auf Das GPS Bist du da? Das ist ja eigentlich ganz cool, wenn dann der Waypoint-Bearing und so angezeigt wird Das war's für heute. Kucki, greifst du ja den Bewaffneten vorne, das dicke Auto, der weg kann das hier, bevor er steht? Ja, ich lande bloß und mach schnell was auf den neuen um. Also mit und ich nehme das Minigun-Fahrzeug. Wir fahren dann einfach hier die Straße runter, würde ich sagen. Hm, ich sollte das vielleicht die Sichtweit ein bisschen höher stellen für. Ah, hier ist es. Hier kam es auch, habe Possum 1 erreicht. Ja, so mit und wie sieht es da aus? Ja, die Sicht aufs Krankenhaus ist besser als hier auf dem Flugplatz, aber mal sehen. Ja, so mit, es wäre am besten das Krankenhaus erstmal auch. Würden wir die Grafiken dann langsam reinladen, haha. Krankenhaus, welches von euch, ah, das ist das. Einer von euch wird das Krankenhaus sein, oder? Nein, Wohnblöcke, Wohnblöcke. Das Krankenhaus ist auch so eine scheiße rote Farbe. Äh, der hat meinen Abruf für ein Zett, die haben einen Eimerwerfer benutzt, der war Danger Close. Krankenhaus, das ist es, das ist mitten in Arnoldstein. Das heißt, von meiner Position gucke ich da eigentlich direkt drauf. Oh mein Gott, das Fahrzeug hier vorne hat einen scheiß Reifen kaputt. Ah, das ist, ja, what the fuck habt ihr denn da gebaut? Dann nimm mal aus dem anderen Karatel den Ersatzreifen. Aus dem kaputten. Ja, warte, ich wechsle jetzt hier erstmal den Reifen. Ich will ihn einfach hin. Logistik bringt gleich einen Nachzügler nach, zu uns, mit Fahrzeug. Naja, somit, der soll, äh, einfach dann gleich ohne Kompon reinlösten. Wir haben den ja mit. Hallo. Sag mal, verkommst du auch? Ja, kommst du, ich höre dich. Ich hab Sichtkontakt zum Rathaus, also, die haben das da befestigt wie Berlin 45. Äh, ich hab mehrere schwere Betonbunker, unter anderem auf Dächer gebaut, im Blick. Und, warte mal, Explosion, seid ihr das? Ja, 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 das ist ein ausbrennender Panzer, glaub ich. Ja, also, soweit, das hat, wir haben schwere Bunker auf den Dächern von beiden Krankenhausgebäuden, die Gegend im Blick haben, also, äh, mit Sneaky Run ist da nix. Und, man könnte vielleicht mal da überlegen, ob man den Jet vorher mit Bunkerbrechern ausstattet, weil Angriffswinkel ist da ein bisschen schwierig drauf. Der ganze Kompon ist umringt von Sandsackwänden. Im Herzen steht noch ein Kommando-Betonbunker und, ich seh zwar gerade nur einen, aber ich schätze, alle anderen Zufahrtsstraßen sind ebenso gesichert. Panzersperren, Stacheldrähte und viele Bunker. Also, das ist, bis, das ist befestigt. Also, mit, Marke, so gut du kannst, auf Karte und versetzt, dann weiter zu Possum 2, falls du da nicht schon bist, um Flugfeld einzusehen, ansonsten versetzt du zu OV? Fragezeichen, komm. So, mit. So. Äh, Deppel, bist du wieder im Auto? Ja, okay, dann fahren wir jetzt rein. So, warte, das ist, wird dann die Zufahrtsstraße sein, eine Kreuzung, zweite Kreuzung, oder? Zweite Kreuzung, ja. Das wird die sein, dann wird das die sein. Linke Seite, dritte Kreuzung, nee, hä? Oh, das ist hinter mir. Hä? Jetzt hab ich wieder aus dem Blick geflammt da. Ich lass sie hier einfach kurz auf Face stehen. Auf jeden Fall. Rot. Installation. Was müsste denn das hier sein? Bunker. Sonst. Ich schätze mal, hier ist es... Nord-West. Äh, Jetman? Ja? Hast du eben mitgehört, wegen dem Bunker-Bustern, äh, können wir die laden auf die Jets? Nee, nicht mitgehört, wir sind die laden. Äh, ja, ja, sprechen wir gleich. Die Jets können ihre, dürfen ihre Ausrüstung nicht ändern, also wahrscheinlich müsst ihr einfach mal. Alles klar. Ich schätze mal, ich schätze mal, das ist der Kompond, äh, aber soweit keine schweren Waffen. Hm. 1500 Meter. Hm. Hm. Concerning der steht zwischen nicht motorized but installation er ist zur Aufkunft des Flugfelds wir haben ich sehe ein Turm eine MiG-29 auf dem Rollfeld die sieht sehr startbereit aus also so habe ich gewahr dass die kommen könnte in der nächsten halben stunde ja somit gebe ich weiter ansonsten sehe ich hier nicht so viel wird von possum 2 allerdings auch nicht besser werden ich versetze dann zu Owe schlag mich tot ja somit dann setzt Owe weiter und klär bitte das Hüllegeim aus danke für die Aufklärung das dürfte da das Radar sein ein besonderes Bunker grobe Schützung aber ne von da unten wird es nicht besser von da vielleicht aber das ist gefährlich nahe gefährlich nahe ich dort nicht mehr mal hier die gar nicht so was vielleicht ne Okay. So, was ich jetzt nicht mehr brauche. Der FPS-Schon-Modus. Danke. Hm, die Frage ist, ist das ein Dorf, wo ich einfach durchheaten kann? Naja, mein Team, wir sitzen auf. Ja, es ist ein Dorf, wo ich einfach durchheaten kann. Oh. Oh, come on. Samo vom Kekscop? Ja. Auf welchem Auto hocken wir? Auf dem unbewaffneten Ding. Ah, somit. Samo vom Kekscop? Ja, ich höre dich. Ja, ich passiere gleich den Knick in meine angegebene Ruße. Ich hatte gerade einen kleinen Encounter mit einem Dornbusch. Kann eventuell sein, dass mir mein Quad später hochgeht. Für die nächste Logistik wäre schön, wenn ich ein neues Quad kriege. Oder eine Reparatur für das hier. Ja, somit gebe ich durch. Mann, sind diese Dinger fragil. Dabei bin ich nicht mal voll auf den Busch draufgegiezt. Ich habe ihn nur gestreift. Ich hatte ja nicht mal mehr Gas gegeben. Mann, Mann, Mann. Ja, Kampfdauer habe ich so durchgegeben. Guck, dass du trotzdem noch weiterkommst. Wir erwarten dich dann an der OB. Da werden wir uns auch positionieren. Ja, ich fahre ein bisschen vorsichtiger. Die Dinger sind verdammt fragil. Ich habe den Busch nicht mal gerammt. Ich habe ihn gestreift. Ah, mies. Ja, das ist halt ein Quad, aber sie sind cool. Sie ist mega cool da drauf aus. Kannst du mir ja auch so eine Yamaha Motorrad anliefern, Dustin? Ich glaube, damit fährst du dich aber tot, indem du von so Berg runter geht es mit 140 oder so. Das stimmt allerdings. Ich habe gerade schon ein paar Purzelbäume mit dem Quad gemacht. Ja, ja. Ich kenn dich. Ja, what the fuck. Da war nichts. Da war nichts. Was war das? Da war nichts. Ja, geil. Jetzt liege ich hier in der Pampa und... ... ... Hallo, mein Sohn. Ich habe Sie bewusstlos an den Quad aufgefunden. Oh, was war das? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe Sie bewusstlos an den Quad aufgefunden. Ich muss ja mal so irgendwas im hohen Gras gewesen sein. Haben Sie dann guter Herr. Sind Sie von der Königlichen? Äh, ja. Ja, lang lebe der König. Äh, wenn Sie wollen, können Sie sich mal in Land Rover ausborgen. Ich muss erstmal sehen, wo sind wir hier überhaupt. Ja, ich wohne hier, ja. Äh... Der hat aber nicht mehr so viel Sprit. Ich habe die letzten Tage nicht dazu bekommen, zu tanken. Der läuft schon auf Preserve. Ich bin mir sicher, äh, die Armee wird Ihnen das Ding voll tanken, wenn Sie ihn benutzen lassen. Okay. Ah. Aber den Spritpreisen aktuell... Da haben Sie mich aber ganz schön weit weg gefunden. Ja, ich war auf dem Weg von meiner Scharferde zurück und habe sie gefunden und habe sie mitgenommen im Land Rover. Gebrot habe ich aber nicht mitgekriegt, das war zu groß. Ich glaube, das hat sich sowieso erledigt mit dem Quass. Ja, es sah ein bisschen kaputt aus. Okay. Dann haben Sie nochmals Dank. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen, ich habe eine Mission. Ja, viel Erfolg, lang lebe das Königreich. Lang lebe das Königreich. Ja, dann kommst du auf für Samuel, bitte komm. Ja, kommst du jetzt? Naja, wo bist du gerade circa? Äh, auf Position Einheimische. Äh, äh. Oh Gott. Das ist ein ganzes Stück südlich von meiner Route. Ich habe, glaube ich, einen Stein im hohen Gras erwischt und war bewusstlos. Der hat mich gefunden und lässt mich jetzt seinen Land Rover leihen. Okay. Okay. Ja, dann setz bitte weiter zur OV. So verstanden. Ich könnte aber eine Tankfüllung gebrauchen. Der hatte nicht mehr so viel Sprit. Schaffst du es da hin noch? Ansonsten holen wir dich irgendwo ab, wo du liegen bleibst. Ja, ich werde updaten, wo ich liegen bleib, wenn es liegen und so ist. Ja, so mit. Dann erst mal Ende mit dir. Kommt gut an. Also, fahre ich jetzt überhaupt die richtige Straße lang? Ja, ich fahre jetzt hier. Okay. Dann werde ich... Da oben bei Vris... Keine Ahnung, wie man das ausspricht, wie das Gelände ausspricht. Oder ein bisschen nachfrischig eher. Ja. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich den Land Rover schrotze. Oh Gott. Oh Gott, schafft er das da hoch? Komm! Zieh an! Äh. Uiuiui, warte, wo stehe ich denn jetzt? Ah, okay, hier oben stehe ich. Am besten fahre ich dann so außen rum. Oder komme ich da drüben gut wieder? Hm, wenn ich den Schwung durchs Tal mitnehme. Oder ich fahre da drüben. Ja, au, da drüben. Und jetzt mit Schwung. Ha, ha. Bossums können nicht nur auf Bäume klettern. Oh, Gott. Wait a second. Ist das unsere? Oh, Gott. Genau. Ja, da drüben. Und jetzt mit Schwung, bei der drüben. just konflikt. Ja. Und jetzt mit Schwung. Ja. Ja. Wir gehen nach nach. Ja, da drüben. Ja. 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 Da hast du bewaffnet sie, Ifrit. Kamst du? Gibt's dir gut? Ja, ich glaube, ich bin gleich auf eurer Position. Perfekt, wir stehen genau auf OW. Ja, ich bin gleich. So. Dass sie sich direkt machen sollen. Ja, ich sehe den BMP1. Oder BMP oder irgendwas? Ja, das ist ein BMP1. Ja, für mich klingt das echt... Ja, das ist Papppanzer, ne? Nein. Papppanzer? Kette? Nein, nein, nein. Der hält schon was aus. Okay. Während Charlie ihn von oben teuer und so zu sind gekommen. Wie weit ist das? 400 Meter? Ja, fast 500. Ja, so mit. Was ist das Scheißding denn? Ähm. Ist der Jet schon in der Luft? Ja, der fliegt Richtung BR Westen. Ja, alles klar. 500 Meter bei knapp 15 Grad. Das sind 3,2. Ja, das sind mitverstanden. Dank für die Info. Ein bisschen drunter. Äh, Deadman? Ja. Äh, stell dich schon mal drauf ein, den BMP zu erwischen, der auf der Brücke steht. Du kannst den hier von groß sehen, glaub ich. Äh, ich geb jetzt den Befehl auf Ausgleichen, jetzt hättest du's raus. Jetzt hättest du's raus, jetzt hättest du's raus. Oh, schade, das wollte ich gerade machen. Ja, eigentlich wollte ich dich doch schießen lassen, aber die haben nicht im Bluté gehört. An anderen Einheiten Feuerkampf starten. Wo ist die Brücke? Zeig mal zur Brücke. Äh. Da. Ja. Frei für den Jet? Ja, frei für den Jet. Delta 1, Feuerauftrag. Äh, Siedlung Tavisio. Äh. Kannst du aus Freigabe auf alles? Ja, ich will grad fragen, der Turm da drüben, ist das unsere? Ja, das ist unsere. Guck mal, kommst du auch, guck mal nach links. Hä? Da ist noch einer. Ah, cool. Da hast du Freigabe drauf, wenn du willst. Äh, wie weit ist der denn weg? Okay, das sind... 670 Meter. Die Bombe? Äh, die überlassen, aber ja, Bombe sind nicht überlassen. Mach mal 650, das sind 5,0. Südwestanfliegen, Ostenabfliegen, ja. Nicht so weit nach Norden, weil er dir überlassen muss. 5,0, wo ist er denn? Da, ist er. Okay. Charlie, für Alpha, bitte komm. Alex wird grad vom Turm da mit dem... Ah, geht's ihm gut? Oh, wow. Ich glaub der ganz... Der Turm da drüben mobilisiert sich. Ja, du hast Feuerfeigabe jederzeit. Ja, die klippen sich komplett durch den Boden und durch die Wände, also... Ah, ich seh's, ja, oh mein Gott. Und die Raberbänden, auch wie die Bekloppten gerade hier oben. Also wenn sie... Bin ich doof, oder wie ich ein Hubschrauber? Treffer? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das sind echt neben einfach. Nur Effekt, zurück zu... BR Wolfsbänder. Ja, wenn sie stehen bleiben, äh, cool, aber ansonsten... Nö. Ja, nee, der klippt grad durch die Ecke vom Turm. Da kann ich selbst aufschalten mit der ER-Rakete. Und er ist runtergefallen. Ja, somit, äh... Na, Kess macht noch einen Druck. Na, die eigenermaßen, äh... Markieren unter der gleiche, wir gucken, dass das so geht. Das war ein Kopfschuss. Ja, somit dann, äh, setzen wir erstmal auf die Ecke. Äh, irgendwas Großes schießt auf uns. Ja, wahrscheinlich der BTR da unten ausgelaufen. Ne, es gibt auch einen BMP. Irgendwo ist ein BMP. Ich meinte, es ist schade. Äh... Ja, den BMP hab ich da unten erfahren sehen. Äh, aber bei der Kirche fällt noch ein zweiter. Noch ein zweiter. Noch ein zweiter. Vor der Kirche, vor der Kirche, äh, er hat was rum. Ich seh grad noch nicht, was es ist. Der kann den irgendwie ausschalten. Ja, äh... Und noch. Ja, Achtung, ich bin wieder auf die ZSU, kommst du auf. Der eine sitzt in der ZSU. Ja. Ja. Jetzt ist der, äh, zurück zu BR Wolfsbär, äh, von der 7er Krieger. Ach. Äh, ne, den kannst du direkt aufs nächste Ziel setzen. Ähm, wir haben hier im Nahbereich... Ich seh halt nix wegen dicken schwarzen Rauch. Ja. Kann die Fahrer bitte kommen? Überstanden, äh, BR Wolfsbär bereich halten. Werden im Augen was. Schade für Alpha bitte kommen. Ich seh die. Ich seh die. Ich seh die. Wo ist denn der denn? Ich such den zwei in BNP aber... Ich seh ihn nicht. ach komm der graben oder wie ich so weit eingestellt habe ich nicht Kannst du den Kass sagen, dass der Dings von uns die Towerbomben soll? ca. auf 390 Auf Feinde oder einfach nur auf Vorricht? Da war ein Feinde, ich weiß nicht ob die weggesetzt haben Ja ne, da sind noch Feinde drin, der soll den Tower jagen, also der Tower soll hochgehen Delta 1, neuer Feuerauftrag westlich von Ovi Biber Steht ein Turm auf dem Berg, ist mit Laser markiert, da eine Bombe drauf Anflug gleiches wie eben aus Südwestern und dann nach Osten Abflug und zurück zu BR Ich hoffe die Bombe fliegt auch so rein wie ich sie markiere Ich merke gerade hier fliegt uns was um die Ohren, aber ich sehe nicht woher es kommt Ja keine Ahnung, kamst du oder lebst du noch? Ja Ja, komm bleib stehen und hör auf durch die Gegend zu rubbern Ja, das ist gerade richtig Hardcore Ah ja Hm Ich glaub du hast den Ja, und ich gleichzeitig aus dem Scope raus, ich bin gerade Beide Maustasten gleichzeitig drücken Den U bei uns ist bekannt, die ist aufgeschaltet Was sieht man sie denn jetzt wieder? Haha, ja tut man Was ist denn? Ja, irgendwo hinter Wäldern ist noch welche Ja, aber hinter den Türmen sind auch noch Wälder Ne, 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 warte mal, der muss doch irgendwo näher dran sein Ah, ja, den sehe ich nicht Ja, der war hinter der Gebäudeecke Naja ansonsten ist da das meiste Zeug hinter Wäldern Ich weiß wo sie stehen, aber ich kann sie nicht sehen Ja, das Problem habe ich Aber Keks, ich könnte mal deine Hilfe geboten Warte, warte Ne, warte, ne, vergiss was ich gesagt habe Ich kann nicht spotten, ich habe nichts mit äh, mit äh Ne, ne, wäre mir was anderes gegangen, aber das hat sich erledigt Ah, da ist noch einer Der hat sich schießt, aber wo ist der denn? Da an der Straßensperre Ich habe hier in der Position schon gesehen Äh, wenn sie sich selber versorgt brauchen Ja, somit, äh, dann halten sie auf der Position Wir versuchen hier gerade erst mal die Stadt zu regeln, komm Hm Ist da noch was in den Wäldern drin, oder was? Also irgendjemand schießt ein bisschen präziser hier hoch, ja Ja, 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 das merke ich nämlich gerade auch, aber ich Köpfe runter, Köpfe runter Wir gämeln das nicht Und ich guck hier, du bist nämlich der Medic Bist du auch dabei Wo bist du? Mein Sonnenlicht Liebe dich Vermiesse dich Wenn ich gerne bin müsste, würde ich sagen, dass du unten bei dem Backsteingebäude bei dem vorderen ist Ach ne, das ist ein scheiß Hase durch den Bodenclip da drüben Und da kommen ungefähr die Schüsse, aber Den tue ich denn nicht Ja, aber irgendwie Oder ist der irgendwie im Gebäude und schießt ein Warte mal hier bei den Dings bei der Straßensperre Hopp, hopp Ja, aber das ist niemals in dem der der Schütze ist Ähm Ist mir selbst nicht, aber okay, ich glaube es ist da Warte mal bitte komm Vorhin war auch noch einer Im Gebäude und hat aus dem Fenster rausgefassen Mhm Das sind wahrscheinlich noch mehr von denen Oh klar Komm, komm hinter den Hm? Auf 340 kommt ein ganzer Trupp Äh, 340? Scheiße Lade Kommt, haltet an, ihr Topkeks Keine Ahnung Granate? RPG? Wir gingen von links rein Ach komm Wenn, wenn ich abdrücke ist es eure Aufgabe stehen zu bleiben bis die Kugel da ist Danke Schön wenn man noch den dicken Einschlag hinter ihm am Berg sieht nachdem das Hirn wegfliegt Geht mir geht's dir gut? Ja Ok Ja Ok Geht mir geht's dir gut? Ja Alter Ja Alter Ja Ja Alter Ja Und jetzt ist mein Magazin leer Jetzt wo er stehen bleibt Ja Alter Der klippt ja durch die Krise Ja Der klippt ja durch die Krise Ja Dann halten die arme Bäume die 50 auf Ja Und Sprung durch die Gegend und noch ein Sprung Alter der Sprung Alter der Sprung Was ist mit ihm los alter Robber Bender Man alter Ja aber sowas Ja Ja Wir haben also einen Ausfall der gleich nachgeliefert wird Wollen wir den zusammen mit Logistikbereitner von dem zum Außenposten verfügen Ja Dann wird er wahrscheinlich 10 Minuten warten müssen oder so So weit vom Außenposten sind Ja egal wir können ihn jetzt nicht einlegen Der ist ein Druide der springt von Baum zu Baum Ganz Autoportskette glaube ich Ja Von Feinden die sich durch die Gegend teleportieren Bei sich Oder Also mit Versuch uns ein gutes Geht weiter zu machen Wes' es gar nich mehr geht Kurze stehen bleibt Muss er lock auf unser Cerb Hä wie bitte Der Cerb hat gradDidn Aussen Land Cooper Viele haben sich gem electrons Am So die alte kunst des tree stridings die baumläufe ich sehe gerade auch nicht wo was her kommt aber wahrscheinlich sobald ich ihn sehe portet dass ich zum nächsten baum ja der steht wahrscheinlich irgendwo da unten an den rand fichten du sollst in dem graben bleiben da ob gott das ist viel zu weit eingestellt jetzt das war einer der andere typ steht neben ihm hab ihn auf jeden fall zwei er ist okay aber Ich schicke ihn mal ATB, ja? Ja, ATB zum aufmunitionieren, auffüllen, bitte. Okay, Delta 1, ATB aufmunitionieren, komm. Oh, in der Google habe ich ihn gesehen. Ja, da war ein Tracer. Das sind unsere Leute, links von der Tracer. Der war circa hinter dem Fuel Tank, von der Tracer her. Rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Auf dem Meer. Negativ. Hab ihn. Wann da mehr? Weiß ich nicht, der hat alleine geballert. Könnte aber sein, wir halten Rundum-Sicherung aufrecht. Ich guck, rechts so. Der sah auch so pilotmäßig aus, vielleicht war das der Pilot vom Jet. Ja, das könnte sein, ja. Dass die nur auf Berge rennen und dann daraus auch anschießen müssen. Also Piloten. Da sind noch mehr. Rechtsberg. Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Ja, die laufen Richtung 66 den Berg runter. Ah, perfekt. User left to a channel. Ah, so. Da sind sie freesende Stelle erschießen. Ja, genau. Ja, genau. Da sind sie schon gefunden kommen. User joined to a channel. Könnte sein, dass er es ist. Ähm. Momentaner Plan als Update für Sie. Ähm. Ich plane in ungefähr 10-20 Minuten in den Helikopter Richtung BR Wolfsbär loszuschicken und dann auf den Außenposten Logistik heranzufordern. Momentan müssen wir den Außenposten aber erst noch sichern kommen. Ich melde mich, wenn's soweit ist, aber einfach nur für deinen Plan, damit du Bescheid weißt, was geplant ist, komm. Negativ. Äh. Erst wenn ich Bescheid sage, komm. Kommen. 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 infra St Att Burg90 Ich sehe es. Die Reine im Westen. Qualche Richtung? Ähm. Ungefähr 340, da hinten bei den, hinter diesen. Ja. Hochhäusern Silos und das zweite, also das zweite linke Siro. Warte. Ich schieße jetzt mal ein Tracer hier so. ich meine ich glaube ich bleibe doch lieber bei meinem dinge ja aber ich könnte vielleicht tauschen wir nehmen uns die fahrzeuge von den beiden und setzen wir holen die fahrzeuge und setzen dann nach kannst du bist jetzt ein bisschen eingegliedig setzt sich gleich wieder weiter aber hat dein ding noch ein bisschen hat er doch dann versucht doch mal auf w kampfen maus zu setzen das ist ein bisschen weiter westlich ich war einfach mal durch zu rio fredo und von da aus dann versuche ich hoch zu kommen abflug bitte in zehn minuten das heißt in game zeit kam so dass jahr ein bilder jeep den und auf einmal der sah mal anders aus ich habe ein bisschen was abgemontiert der mensch nach würde uns an und ich gucke dass ich mit cookie zu ehfried komme das dürfte hier vorne sein soll ich zu euch hinterher fahren oder wo fahren wir nach unten? wir fahren unten in die stadt rein circa bei m107 ausrüstung halten wir an nach westen vom berg runter? ja genau wir treffen uns unten an der kreuzung dann ja somit wir gucken hier gerade wo das auto von denen ist ja das hier haben in der malachei geparkt das könnte was dauern ok ich warte dann nicht auf euch ja? ja brauchst du nicht kannst einfach reinsetzen die wissen bescheid ja 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 kommst du und geht es dir noch gut? ja tut es perfekt dann meld dich wenn du auf der obi ankommst und guck ob du dann eine aufklärung starten kannst ja ich bin da und ich sehe nichts hervorragend hervorragend du könntest vielleicht auf den 130er vor dir ich weiß nicht ob da eine bessere aussicht drauf ist wenn nicht äh dann weiß ich auch nicht hier waren noch feinde unten ok gehts dir gut? ja die haben sich gerade erledigt ok bist du schon da? ja 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 ich meine mehr ob wie es geht nicht aber ja 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 ich bin jetzt in Stellunggang auf dem zerbombten Containerturm Hier habe ich ein bisschen Aussicht auf die Basis Und ich höre irgendein schweres Fahrzeug Ja, so bitte, mach den Jet bereit Danke, klär bitte die Basis, beides geht auch Er sagt dem Jet, er soll sich beeilen T-72 nähert sich eurer Position Könnt vielleicht ein T-80 sein sogar Ja, damit danke, gebe ich dir Ja, warte, der hat das Unterwasser-Kid Das ist ein T-80 Ja, 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 ist einer 277 Meter, 290 Meter Soll ich mich für Kampsau Ja, hör dich Aufklärungsstatus in der Basis, nix interessanter Soll ich schon mal anfangen zu bekämpfen? Ja, so ist Feuerfreie gehabt Wir haben gerade andere Probleme Höre ich Guck, ich brauche dich, wenn du nicht glauben willst Schade, ich habe keine Sicht auf den Pfanzer Das wäre auch lustig zu beobachten Ja, dann bleib da, bleib da Kann ich? Nein Kann ich hier? Warte, wie stark war ich? Ja, ich brauche sie Hm, Scheibe Eins, zwei, drei, vier, einen habe ich noch Äh Ja, ich brauche sie Man sollte meinen, die hat noch genug Energie, nachdem sie durchs Fenster geht. Hm. Well, stimmt. Wird ich blind, oder ist das wirklich so unscharf? Hm, ich glaube, irgendeine Hitbox klippt hier gerade rein. Ja. Könnte... Hm, vielleicht von weiter unten. Fuck, 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 fuck. Hm. Ja, Kampso, geht's hier gut? Ja, irgendwo auf der Straße steht ein 50-Cell, ich seh's gerade aber nicht. Ja, versuch mal einen Blick da drauf zu kriegen, damit du da wirken kannst. Boah, Einblick, Einblick, das hat guten Einblick auf mich, aber nicht andersrum. Hm. Mich beschleicht das Gefühl. Hm. Lass das ganz wo an, dass er sich denke, dass es ist. Hm. Hier nochmal Kampfsau. Ich denke nicht, dass eine Mi-8 zu uns gehört, oder? No ist feindlich. Wo ist die? Welche Richtung? Die Richtung 310 Grad fliegt sie gerade, von meiner Position aus. Ja, und sie hat Rocket Pods dabei. Mich beschleicht das Gefühl, die gilt mir. In welche Richtung gerade? 2.30 von meiner Position aus, fliegt Richtung weiter Süden jetzt. Ja, die gilt mir. Sie brennt. Ich glaube ich hab sie. Unser Dint ist auch da drüber. Unser Dint ist auch da drüber. Unser Dint ist auch da drüber. Ich hab keine Rakete gesehen, also ist das meiner. Und look den Scoreboard, das ist mein Abschuss. Ha. Possum Rules. Kommst du oder geht's soweit gut? Ja, ich hab ne Schrapnel abbekommen, aber das geht. Ja gut, wir setzen ja jetzt zu dir. Wir retten dich, mein Prinz. Ich höre hier noch irgendein schweres Fahrzeug in der Gegend. Ich zieh mich mal woanders hin. Gab's da was für ein Laser-Dings dabei? Negativ. Ich höre es aber auf der Straße oder Richtung des Außenpostens, dass... Ich weiß nicht was es ist. Ich will es gerade auch nicht wirklich herausfinden. Hört sich so an, als ob es gerade in die Stadt einfährt. Hört sich nach einem MWC an. Äh, Deadman, Deadman, wir brauchen unbedingt. Ich glaub wir haben keinen Einmalwert von mir. Wir brauchen Käse. Der ist schon unterwegs. Ja, perfekt. T-72, Kinder kommen. Ja, alle die Köppen wurden. Da fliegt die Maverick. Es könnte ja auch der T... Hat der Panzer gewesen sein, der mit dem MG auf mich geschossen hat. Äh, Deadman, der soll nachsitzen. Der ist nicht vernichtet. Macht er schon. Ah, perfekt. Njum. Ja, gute Vernichtung. Ja, gute Vernichtung. Hm. Das hätte gerade besser laufen können. Au. Ja. Wenn beim ersten Schuss der Arme da flöten geht, ist es schlecht. Samuel, wie viel Kampfsau? Jo, ich höre dich. Ich bewege mich anhand der blauen Linie aber ein Stück den Berg hoch runter. Äh, falls ihr mich sucht oder falls ich ausfallen sollte. Ja, somit, äh, halt dich im Verbeugenden. Wir setzen jetzt auch vor. Wir setzen jetzt mal kurz an den Jungen nicht mal kurz nach. Ich bin jetzt mal kurz auf, ich habe einen Pfarrer. Ich habe einen Pfarrer, ich habe direkt noch auf, ich habe einen Pfarrer. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn's nicht so wackeln würde... Ich kotze im Strahl. Fuck you. Fuck, 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 fuck. Okay. Ich zieh mich zum Turmuch zurück. Ich glaub, ich hab den Drachen aufgeweckt. Wie... Mich als eher Frau spielen mit? Kommst du auf? Ja... Fuck! Äh... Fuck! Im G-Beschuss! Äh... Pass auf, nicht dass das Bravo ist. Ja... Wenn, dann schießen die auf mich. Ja? Äh... Versuch hier unten Versorgung zu kriegen. Ich hab so das Gefühl, das waren die Keks von Bravo. Ja... Ja, die meinen nein. Also... Die sagen, die haben Feinde voraus gehabt. Also... Ich hab's... Da war ja hier. Ja... Ich hab so! Ich hab so... Ich hab so... Ich hab so... Und... ... den Keks... ... und... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah No RIP Jeep Ja? Ja? Welche Richtung? Äh, geradeaus, der roten Linien lang, basicly Im Westen der Compound mit dem Riesengebäude Da ist auch ein Tankstellen-Schild dran Eiß Samuel, wie kommst du? Ja, ich hör dich Der Helikopter hat das, glaub ich, eher auf den Jeep als auf mich abgesehen Na, okay, da musst du leider zu Fuß runtersetzen Put mal a thing vollkommen so on the Logi-List Logi-List ist zu spät Ja, Logi-List ist echt zu spät, da egal, musst du halt... Ja, aber Quartz ist ja eh drin, also alles gut Gucki, bist du hier? Ich bin an dem... an der Markierung mit der Tankstelle Ja, okay, ja, wir sind hier Ja, hier vorne, der hat mir vielleicht der komische Tower hier mit den Gläsern Das Ding hier ist höher, ne? Ja, das ist höher Jo Jo, außerdem hast du dann ein bisschen Schutz und auch ne gute Sicht Oh, ne Tür, wow, da ist ja richtig bequem hier drin Bist du denn abgestiegen? Bist du denn abgestiegen? Bist du denn abgestiegen? Bist du denn abgestiegen? Dattman, Quartz, wo seid ihr? Oben am Dach, da ist ein kleiner Raum dran mit Tür So Gute Sicht auf die Basis, ich sehe keine schweren Fahrzeuge mehr Ja, also mit, äh, dann gucken wir mal Ne komm, wir setzen mal auch nen Compound weiter vor Wir gucken da auch mal rein Wir kämpfen mal mit, die brauchen Munition Und jede Feuerkraft hilft Kaffst du? Geht's dir noch gut? Ja. Naja, Beat, weißt du, wir sitzen jetzt an der roten Linie entlang. Wenn du uns findest, gut. Wenn nicht, ist auch okay. Samu von Keks, komm. Ja, ich hör dich. Sollen wir jetzt da oben auf dem Turm bleiben? Oder sollen wir runter und dann rein? Naja, runter und auch mitkämpfen. Okay, runter und rein. Ich hab schon meinen ersten Spiel gemacht. Nice. I see, komm, Sau. Yes. Komm, Sau, an der Waffe hab ich dich sofort erkannt. Alle da. Die Waffe hat dich sofort identifiziert, weißt du? Yes, I see. Aber das Ding ist beautiful. Ich kenn den. Yes, das ist geil. Ja, also mit Dankeschön. Ich weiß, warum der schnell grad dezent in der Tischplatte rumknabbert. Was weniger geil ist, ist der Weapon Sway. Ich hab grad ein paar verfehlt aus ziemlich kurzer Distanz, weil einfach so viel Weapon Sway. Holy fuck. Aber den haben wir auch gerade irgendwie. Also manchmal dauert das echt lange, bis der aufhört und dann du mal wieder halbwegs anständig zielen kannst. Hier ist, wenn du dich nicht auflegen kannst, ist das Scheiße mit dem Weapon Sway. Weil Liegen schießen schön und gut, aber das... Ja, funktioniert auch nicht in allen Situationen. Das macht's halt nur minimal besser. Wo ist meine Chipstüte? Oh, ich hätt gern... Ich würd gern gerade in den Kühlschrank gehen und grisputin holen. Kannst du gucken, wie lange braucht ihr da noch? Äh, ich häng da grad noch mal ein bisschen Kochsalz an. Ja, somit wir setzen uns schon mal weiter vor, falls ihr uns sucht. Ja, wir verlegen gleich euch hinterher. Ich will grisputin holen. Ich hab auch auf grisputin. Sorry, du bist fertig. Yes. Und wir folgen uns euch unauffällig. Mit dem dicken Ding in der Hand. Unauffällig. Äh. Mirschner, Mirschner. Mhm. Ich glaub, ich muss mich auch irgendwann mal wieder als Sniper, äh, Sniper oder zumindest als DMRs lörten. Hm. Yes. Endlich bin ich ja noch in der Trainingsphase, deswegen immer nur DMR. Yes. Nach oben, nach oben. Ja, das ist das Beste, um einzusteigen. Südwest-Heind. Ist das nicht unsere Name? Ne. Ich denke, Heinz, Scheidz. Hm. Heind wäre ungut. Heind wäre wirklich ungut. Heind kommt aber. Au. Wir haben einen feindlichen Helikopter am besten. Ich dachte eigentlich, der wäre im Nordwesten, jetzt. Warum, der sollte eigentlich im Süden sein. Hm. Belastend. Wer ist er denn? Feind Ili müsste Nordwesten sein. Ähm, halt dich erst mal in BR bereit. Oh, ich hör die doch. Ja. Gute Waffen, dass wir im Nordwesten in den Nordwesten sind. Aber... Ne, ich glaube, wir haben keinen Vorne beim... Er soll ja auch Vorne beim Gebäude... Das ist... Ja? Unserer? Unserer. Ja. Er sollte zwar nicht hier sein, aber er ist anscheinend hier. Ja. 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 Nicht, dass Geil runtergeschossen wurde oder so. Hm. Ich sehe Shadi an der, äh, Herstelbarriere rechts. Ja. Ich bin jetzt hier, wer jetzt infobiert weiß, äh, Alpha Team setzt jetzt auch in den Compound ein von Haupteingang. Hör mal Vorsicht, wir haben eigenen Compound an dem, äh, äh, dreistückigen Gebäude. Command. Einer, eigener, 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 eigener. Hup. Äh. Da oben war ich doch gerade. Ja. Hm. Ja, in, in den Schützenkrank von uns ist einer drin. Mehr. Beepuls. Hup. So, ich hab's wieder angefangen. So, verstanden. So, Vorsicht, Badnade, 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 oh mein Gott. Ahh, ahh, ahh. Also, easy, easy, über die Hasco Barriere. Oh, das ist jetzt hier in der Stuhl! Im Gebäude. Ja die doch. Also, einen hab ich oben bei der Schützengräbe ausgeschalten. Ich glaub, das war Kefido, also, was, was ich gerade gerade probieren kann. Hä? Das war nicht meine, das war nicht meine. Ne, das war, das weiß ich nicht, was war. Ja, dann würde ich ihn Frage stellen, wieso der auf uns geschossen hat. Hm. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich hab nur grad irgendwie was von den... Wo ist eigentlich der andere Trupp? Hallo? Weil die hab ich nämlich grad noch nie... Deadman? Deadman, wo bist du? Deadman? Deadman? Von dem Geokadette. Das war Eigner. Eigner, 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 Eigner. Eigner? Wo ist Deadman? Okay, ich werde dir gerne das Leben. Danke. Ah. Wo ist Deadman? Holy fuck. Warte, ich geh da mal hoch. Entschuldigung, ich brauch gleich Medic. Ja, also mithalten Sie durch schon. Wo fangst du? Ich hab ne... Unser J-Tag, der ist irgendwo down. Mach mal heil jetzt, Jungs. Äh, kommst du auf Buddy Team System hier? Äh. Ich... Mach halt HW. Ich glaub, der ist... Ich helf nicht. Bitte während ich stehe, HW, Mann. Ich mach gar nichts zu sagen, weggeschraubt. Er hat grad Magazin, ich kann mich gar nicht weg. Hm, da unten war doch der Typ mit dem MG drin. Ist der tot inzwischen? Weiß nicht. Nein. Äh, warte. Was haben wir denn? White Smoke? Ich hab nur CS ge... Ah, ne, da ist er. Äh, mach dich bereit, schnell von diesem Ding runterzulaufen. Oh nein, das Ding hat ne Hitbox! Okay, äh, man merke... Äh... Oh. Man kann nix durch dieses Loch nach unten werfen. Gegenüber, komm zurück. Ja, Kassel, wir müssen aber unten rein, weil, äh, das scheint hier eine Anlage zu sein. Ich dropp da runter. Guck, hier hast du mittlerweile Deadman gesehen. Ich meine, runter droppen geht auch nicht. Äh, ja, such mal weiter, der müsste hier irgendwo sein. Eher, ich renne jetzt einmal ums Lager rum. Ja. Ich, ich weiß das sonst nicht. Ja, okay, kann doch sein, dass du irgendwie weggewackelt ist oder so? Möglich. Ja, ich komm runter. Äh... Wow. Was los? Na, ist ne Anlage hier unten. Ach so, das sah so aus von oben, ne? Ich, ich hebe mal die wichtige Intel auf. Sehr gut. Äh, ich wechsel mal ganz kurz auf die 51. Leads ist kurz auf 51. Leads ist kurz auf 51. Okay. Ich wollte gerade fragen. Erd, komm. Wir gehen 2, Delta 2 für Leads kommt. Ich habe Deadman gefunden. Komm. Oh, scheiße. Äh, Keks, komm mal bitte unter den Container. Ja. Erd, komm zur... Ja, Beat weiß, sie haben Freigabe zu Lurian in Lieferung im Außenbott. Äh, warte. Und hier ein LZ mit farbigen Rauch mitten, was vor dem Außenbott kommt. Äh, der große Container oder welcher? Ja. Ja, der große Container. Warum punkte er den Kampf? Warum punkte er den Kampf? Warum punkte er denn nicht direkt selber an? Du sagst nicht. Äh, Samuel, ich bin hier. Ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ich helfe, ich helfe. Ich helfe, ich helfe. Äh, ich helfe, ich helfe. Äh, ich helfe, ich helfe. Äh, ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ich helfe. Hm. Hm. Ich mach mal am Bein weiter. Ich mach immer, ich will immer noch ein Kriegsbrug. Ok, äh, Tamp, so. Ich bin mal ganz kurz mit was zu knabbern und ich hab echt Hunger. Äh, ich bin gleich wieder da. somit wir versuchen dem in der zeit zu retten ich mache spiel und ich bin aber gerade noch am stetschen moment und dann will ich meine turnikis wieder haben er die kannst du dir gleich gerne nehmen ich glaube wenn der dicht ist und ich den zusammengenäht habe kannst du ja gefahrlos abziehen okay du kannst sie abziehen ich weiß es nicht du kommst ab jetzt zurecht der die katze ja ist sogar ganz Was war noch mal die Akte umführen? Na Keks, kriegst du den Boden wieder zum Leben? Ich mach hier Jumping oder Floor Jumping. Immer so rein und raus und rein und raus. So in einer schlechten... naja. Wie ist der hier runtergekommen? Rein und raus. Und hoch und runter. Das ist grad geil. Ah hallo Deadman. Krabbeln Sie mal hier raus. Ja, der war echt gut getan. Ja, danke. Auf wenigstens hab ich zwei Feinde hier erlebt. Der hat mich abgeleckt, das hab ich ganz genau gesehen. Schnauze... Der hat dich gemocht. Der hat mich angekratzt. Der hat mich nur gedacht, dass Sie ihn tötest. Hey, du kannst eine schöne Jacke draus machen. Und Kamsa, bist du noch hier? Ja. Du kannst ja dein Quad holen, dann Hayden. Oh cool. Müsst du zumindest da sein. Kann ich nur nicht wieder tot damit. Das... keine Ahnung. Auß dem Licht war das Quad kaputt. Ähm... Dann alle Truppenfeile aufmunitionieren. Und dann ab und ab und ab bereit verkehrt stellen. Auch mit mir. Ja. Uff. Fahre sehr vorsichtig mit dem Quad weg. Ähm... Das ist für sich ein bisschen komisch. In der Kiste steht ein Motorboot mit Truppen drin. Komm. Okay, dann kommen wir da hin. Ja... Ich bin eigentlich so... Freiret. Hallo, welche Kiste ist meine? Äh... Steht drauf. Wie posten dann? Ne, so weiß ich nicht. Nein, guck doch mal in der Ding rein. Ich hab den Kurs genannt. Kann ich jetzt auch schon aus. Kannst du auch schon wieder mit dem Quad erschlagen? Was soll das? Wieso wurde das angeschossen? Äh... An sich. Alle, die sich nicht auf Munitionären halten, bitte gut Unsicherungen. Wissen wir gar nicht. Kann unsere Kiste aus unserer Kiste vielleicht die Grüne sein? Ja... Oh. Jetzt auch kurz wegziehen, dass wir ein bisschen... Nicht alle so hart bloppen. Sammeln Motorboot im Westen. Ja, so mit ist nicht unser... Pack unsere Kiste an die Erstgepäck. Ich korrigiere. Helo Snow. Helo. Übrigens schöner Helikopter-Kaplusschuss. Wer ist... Komm. Komm. Jetzt fehlt mir nur noch so ne Tocano. Fuck. Äh, was ist unsere Kiste? Ja, weiß ich doch nicht. Äh... Da ist doch alles beschriftet in... Ja, in Bekanse. Wahrscheinlich da ein Stück noch nicht. Okay, dann das hier, ja? Die mit dem GPS dann dann. Negativ. Wo schießen sie? Wenn er da hingeht... In die Cargo 1... Du bist voll ignoriert, der Pisser. Es gibt ne schwarze, ne grüne und ne blaue Kiste. Oh nein, er hat nicht die 3-Round-UGLs gesendet. Nur die einen Malen. Oh, Mann. Äh, das sind die 3-Round-UGLs. Was? Nein, das sind die 3-Round-UGLs. Das sind die 3-Round-UGLs. Da kommen 3-Round-UGLs. Da kommen 3-Round-UGLs. Nicht L123. Das ist wirklich scheiße. Ah, das ist es. Das ist die 3-Round-UGLs. Das ist die 3-Round-UGLs. Okay. 3-Round-UGLs. Das kommt KMIT. Das kommt KMIT angestitten. KUKI DAT. Mein Kampfstopper-Timer-Status. KUKI DAT. Es steht von der polnisch beschrifteten Kiste. Hallo. Ich stehe neben dir. Mann, wo steht ihr euch immer neben mir, wenn ich das frage? Weil wir es können. Es ist gefeiert, gleich eine Antwort an. Oh, schön. Das ist doch genau das, die Zeichnung. So, wir standen im Blick behalten, aber momentan Feuer rot. Ich leg die Intel mal in die Kiste, aka die Banane. Ja, Vorsicht, Magazin-Lehrung. Kamst du auch? Yes. Wie sieht es denn aus wegen einer guten Aufklärungsposition für das Flugfeld? Hast du da irgendwie eine Art, wie du da rankommst? Also, es sieht eher schlecht aus, ohne das Flugfeld zu passieren. Possum 1 und Possum 2 haben einen gewissen Einblick, allerdings der Part, der interessant ist, den sehe ich nicht. Ich konnte den Turm zwischen den Hangars sehen, weil der Turm eben ein Turm ist, aber ansonsten ist es dazu stark bewaldet. Und ich denke nicht, dass ich auf diesen 30er-Anhöhen zwecks des Waldes irgendeine Sicht kriege. Da haben wir ein Jet im neuen Bereich? Ja. Das Boot fährt auch auf uns. Also, die beste Sicht würde ich wahrscheinlich von der Nordseite des Flugfelds kriegen, aber das ist ja mitgefallen. Siehst du die Insel im Norden hier? Ja, die sehe ich. Meinst du, du kannst dich da auf dem Radarturm positionieren, hast du hier gute Sicht? Wenn es ein Radarturm ist. Ja, wenn das dann nicht ist, hast du dann ein Problem, ne? Und dann hätte ich wahrscheinlich eher Sicht auf die Garnision, beziehungsweise... Das kannst du wahrscheinlich auch streichen, weil die niedrig gelegen in so einem Bergkreis drin ist. Da habe ich von Possum eigentlich auch schon Ausschau gehalten, habe die nicht gesehen. Sonst hätte ich nämlich irgendwie... Boot ist in der Tatheitlich. Boot wird entfernt. Sonst hätte ich nämlich da rausdroppen lassen, nur im Hedi. Ähm. Also, ich wüsste jetzt nicht, von wo ich anständig wirken könnte. Ich wüsste jetzt nicht. Halt, ey, ja. Hm, man könnte mich eventuell hier drüben an der Küste rauslassen, dass ich mir das Gebäude hier nehme. Aber dann ist halt, ja, jegliche QRF muss durch mich durch. Du kannst es einfach reinlegen, wenn du keinen Platz hast. Leg irgendwas kurz rein, nehm die Magazine und pack hier zusammen. Ja. In der Stadt wird es dann sowieso auch wieder interessant, äh, was kann ich machen. Das Boot ist kaputt, aber die Besatzung sitzt noch, ähm... Sagen wir mal, bin kurz auf, K. Ja. Ich lass den mal einerschein, damit er aufsteht. Ich weiß nicht, guck mal, wenn wir den Turm in die Stadt packen lassen und du hier mit angreifst und du dich in den Turm setzt, meinst du, du hast dann Sicht... Also, das sind ein paar höhere Gebäude. Ich könnte vielleicht auf die Bunker auf den Krankenhausgebäuden bekämpfen, weil von unten ist das ein Scheißwinkel. Aber viel mehr kann ich dann auch nicht machen, weil das wird größtenteils verdeckt sein. Die Besatzung sitzt noch auf dem Boot und sinkt gerade. Mach es viel schon. Oh, sie haben sich umgedreht. Ah, jetzt sind alle Köpfe, oder was, oder? Okay, ja, ich, äh... Also, ab hier wird Scharfschützenarbeiten ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß nicht, wie ich dich einsetzen soll, ich bin ehrlich. Ähm... Ich meine, hier ist, hier ist bewaldet. Was war das, Deadman? Der eine ist schon los. Okay. Äh, kam es so? Ja? Sonst hättest du dir vielleicht gesagt, setz dich in die Lugi-Heli und mach Ganner. Wenn du das willst, dann lass ich den Lugi-Heli hier ein bisschen mithelfen. Aber ich weiß ja nicht, wie es AA-mäßig aussieht, dann bist du halt auch... Keine Ahnung. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass neben den Hangars noch ZUs stehen. Aber wie gesagt, ich konnte davon nichts sehen. Ja, dann... Ich würde jetzt... Ich würde eventuell tatsächlich das machen, dass der mich tief rauslässt hier an der Küste. Und dann, ja, mal sehen. Ist halt Hit or Miss. Wenn da zu viel kommt und falls es mich entdeckt, ist halt Scheiße. Musst du mir sagen. Dann sag ich jetzt Red Bescheid. Ja, ich würde dann... Ich markier's mit Possum 4. Also, Truppenteile bitte mal ganz kurz Abfahrbereitschaft herstellen. Bitte aus Bravo und Charlie, bitte Leute sich zusammenfinden, die die drei Fahrzeuge nachziehen. Samir, wir sollten langsam los. Hier hat noch ein Boot angelegt und das ist schon leer. Ja, ja. Dann kriegst du wieder da. Ja, komm zurück, Deadman. Wir machen jetzt Abfahrbereitschaft. Und dann hauen wir hier auch ab. Äh, okay, Vido, du losst die... Äh, wo ist... Red? Ja? Ich hab gleich eine Aufgabe für dich, wenn du das schaffst. Ja, bitte. Ähm, du musst gleich bitte abheben und einmal... Äh... LZ Bambus... Drop. LZ Bambus? Wo zum Fick? Äh, Richtung Norden. LZ Bambus Drop, ja. Da setzt du bitte meinen Scharfstützen hin. Niedrig anfliegen, den über dem Wasser rauswerfen. Der soll setzen und soll dann da Position beziehen. Äh, sollte das zu heiß, wenn drehst du ab. Äh, aber versuch das mal zu schaffen. Kann man sein Kot mitnehmen? Ähm. Oder wem gehört da? Ich weiß halt nicht, wie ihr da landen könnt. Ich weiß nicht, wie heiß die Zone da ist. Das weiß ich auch nicht. Äh, ne, ne. Sind die Flugabwehrsysteme vom Airfield bekannt? Äh, wissen wir gar nicht. Das heißt, es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass das Flugabwehrsysteme vom Airfield ist. Yes. Deswegen niedrig an. Und das Airfield ist noch 6 Meter über dem Meeresspiel. Äh, das ist eine schlechte Idee. Ja. Ah. Also der Hügel ist 29, also... Du könntest vielleicht im Norden der Insel anlanden und dann kann er den Strand runterfahren. Einmal hier außen rum anfliegst und dann nach Norden. Dann hast du den Berg anfliegst. Das sehe ich hier ist die Garnition. Ja, aber du hast den Berg dazwischen. Der ist 50 Meter und 40 Meter hoch. Ja. Wir sind aufmunitioniert soweit als die normalen Stummgewehre. Mein MQD hat wahrscheinlich im Flugfeld noch Feuerkraft. Okay. Warum munitioniert der sich nicht auf? Geht nicht. Falsche Munition. Ist derselbe Name, nur hat kein Bild. Also kann er so nicht laden. Ja, in der Fall muss der looten. Ja, okay. Dann mach dich abverbereit. Ja. Ja, dann versuch das. Dann lad das Squad ein und versuch hier irgendwie so im Norden irgendwo zu landen. Mach ganz im Norden. Da links ist kein... Da im Norden hast du eine Bergreihe. Ja, dann hier. Die Decke, wenn du dich aufkickst. Dann soll er hier einmal außen rum... Kampflöhrchen. Du hast mitgehört, ne? Hm. Du bist mit deinem Kut. Samu von Kekskop. Ja, Keksi Keks. Ja, wo soll ich denn hin? Ach, du lädst schon einen. Äh, ja, wir setzen zu den Fahrzeugen vorne. Ich lad mal den anderen Shit ein. Hm. Na, weißt du, wo ich meine? Vorne am Eingang. Ja, positiv. Verstehe ich. Ja, perfekt. Hallo. Red, du hast die Engine angeschlagen. Ja, bei der Landung ist ein Baum, den ich übersehen habe. Ich höre einen Turboprop. Da ist noch eine Tucano im Anflug. Ja, die schießt auf die unsere Landezone. Ich glaube, die will den Helikopter kaputt machen. Oh, Gott. Komm her. Komm her. Bombe ist aus. Wo ist der Jet? Nord. Nord-Ost. Ich will ja Dinge in die Luft gejagt sehen. Kampfsao einsteigen, bist du drin? Kampfsao, du musst einsteigen. Yes. Viel Glück, Kampfsao. Scharf ist jetzt aufgenommen. Pflege auf. Da fliegt sich inzwischen ganz schön komisch, Alter. Ah, jetzt. Kannst du sehen, von wo die Tucano kommt? Verstehe dich nicht. Ein bisschen laut. Hm, yes. Ah ja, das will ich verstanden. Was haben Sie bei dir weggefeuert? Wir legen dich einfach, wir laden dich einfach direkt an, ja. Ja, das will ich auch nicht, warum ich jetzt noch rumdudeln soll. Kannst du mir dann das Quad noch rauswerfen per Ace-Drop, oder? Ja, mit Falschem ist das ja doof. Oder denkst du, wenn ich stehe, kann ich das direkt rausdropfen? Hm, ja, keine Ahnung, aus geringer Höhe. Ja, mit dem Falschem, keine Ahnung, wenn ich halt hoffere, weiß ich halt nicht, wie das mit meinem Rotor ist, ob er dann zerfickt wird. Das weiß ich auch nicht. Lad es doch einfach nochmal aus, wir landen einfach kurz, lädst du aus und ich hau ab. So, kann man auch machen. Ja, mit dem Falschem. Ja, mit dem Falschem. Siehst du da was vorne? Ich seh nicht wirklich was. Ein paar Steine. Sieht clean aus. Steht es so selber aus, ja? Ja. Gab es noch Status? Ja, sind gerade gelandet. Wundervoll. Ganz weg. Ja, machen Sie. Ja, machen Sie. Das sind eigene. Von hinten, bitte. Wo ist hinten? Ja, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Südwesten. Oh, ja, scheiße. Ist bekämpft, ja, der hat uns flankiert. Unflipping hat es ja jetzt nicht ganz getan. Guck, geht es dir gut? Ja, positiv. Habt ihr den BRDM schon bekämpft? Ja. Koki, komm mal bitte zum Fahrzeug von Charlie, der nette Brian ist einfach komplett am Arsch. Okay, dann helfen wir beim Reisen. Oh. Ja. Ja. Also Samuel, für dich zur Info, wenn du mal nach Norden guckst, ich bin auf der Insel gegenüber am Weizenfeld. Perfekt, ja, ich hab dich eben gesehen. Hast du da Einsicht? Ja, ich krieg gerade ziemlich gute Einsicht aufs Flugfeld. Wundervoll, dann hat das doch gut geklappt. Dann markier, was du kannst und gib durch. Ja, ich lege mich gerade mal neben den Strohballen hier. Hm, schlechte Neuigkeiten. Ich glaube, da startet was. Ja, so. Hat sich erledigt. Was passiert? So, eine Zulkanu wollte abheben und ich hab sie mal gestoppt. Ich claim das jetzt einfach als Flugzeugkill, auch wenn es noch am Boden war. Okay, sehr gute Arbeit, Scharschütze. Siehst du irgendwelche Luftabwehr? Stand by. Das ist soweit erstmal negativ. Ich hab noch ein paar Gebäude drin, ich werde nochmal umschauen. Hä? Ist der denn gerade durch die Beine geflogen? Ja, ist er. Kommst du, geht's dir gut? Positiv. Also mit Vorsicht, du könntest gleich Besuch im Nahbereich kriegen. Also somit... Ich kümmere mich gerade um Feinde, die mich auf den Flanken dann hätten. Ich hab da im Nahbereich ein bisschen im Blick noch, ist noch nichts. Der Jet ist jetzt im BR-Bereich, aber ich will noch nicht losschicken, dass wir die Anti-Air gesehen. Ja, äh, also soweit sehen wir erstmal keine Anti-Air. Das kannst du vielleicht nochmal drüber gucken. Ähm, müssen's schauen. Ich verleg jetzt ein Stück weiter nach Ost und schau mir das Ganze von der anderen Seite an. Ja, so. Ich hab durchs Weizenfeld, wenn der Bauer nicht erntet, ist er selber schuld. Und dann mach ich mich da drin bereit. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Fuck. Das ist doch nicht wahr. Oh. Fuck. Kamst du, wie geht's dir? Nicht gut. Kamst du? Oh, no. Kamst du auch. Kuri, der Atme, geht's euch gut? Check. Kamst du als Feinde bei sich in der Nähe? Drei, vier Leute direkt neben um sich rum. Ja, ich krieg den nicht erreicht. Zu weit weg, ich schiff. Oh, nee, hat Zeit aufs Klo zu gehen. Mikrofon muted. Keine Chance. Wir kommen nicht an dem Flugfeld vorbei. No, na, na. Vielen Dank. Vielen Dank. Detman, wir klauen uns gleich das Auto von Charlie mit der Minigun und setzen da rüber. So, man. Ich bin wieder am Leben. Wir holen dich da raus. Feinde im Nahbereich. Scheiße. Ich bin wieder am Anfang. Ich bin wieder am Anfang. Was ist das? Herr Ranjit! Hä? Warum hat er das Wort gerade durch die Wand geschossen? Ah, lecker. Oh, lecker. Kampso, wir sind im Nahbereich, pass auf. Ja, ich pass auf. Ja, ich habe gleich Kampso. Samuel, deck mich mal jetzt. Ja, ich gebe dir das in Kampso. Nein, jetzt bitte. Sag mal, ich los kann. Warte, ich muss kurz laden, dann gebe ich dir die Kampso. Ja, los. Sagen wir bereit? Ich steig ein. Jo, jo, alles klar. Ich würde sagen, gleiche Strecke zurück. Kampso war sehr schlecht. Jo, jo, ich kümmere mich drum. Oh, du Scheiße. Kampso, was tust du denn? Haben wir noch Sandys da oben? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich höre sie. Sind sie tot oder was? Oh, ja. Du hast mich über... Warum steckst du denn? Pass, pass. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Sorry, war my bad. Fahr weiter, fahr weiter. Ich hab das auch nicht zu fassen. Ja, alles klar. Pfeifer hier vorne. Charlie, ich verallte du dich kommst. Ja, wie es weiß, Bravo ist komplett aus Pfeil. Bei Radarstam, wie geht's ihm? Bitte helb, komm so. Jo, jo, jo. Ich lad, äh, ich lad den aus, oder? Ne, ich schlage ein. User, join your channel. Okay, jo, jo, okay. Mann, schlage ein, du Appel! Ja, jo, ich bin drin. Tourniquets. Kannst du da kein Tourniquet um den Hals machen? Ja, leider nicht. Ah. Oh, kommst du, ist auch hier. Hallo. Hi. Sind wir gestorben? Ja, generische Scheune Nummer 3 ist das Top-Ziel, das Runde-Modium bewacht werden muss. Deswegen bin ich in Feinde reingefahren. Ja, ich bin in Feinde. Also, ich hab mich hingelegt und wurde einfach niedergeschossen. Ich hab gar nichts gemacht und wurde einfach niedergeschossen. Ja, wir sind bei Bravo, äh, bei Radar komplett aufgeriebt worden. Ne, ne. Das ging so schnell. Ja, ich glaube, bei Radar haben wir schon gesagt, dass du das irgendwie, das verlost irgendwie von uns. Das ist wieder gemacht. Ja, das war mein Fehler. Ich hab falsch entschieden. So, ich würde mal sagen, wir sind eine komplette Regenzer hat, ne? Ja, der hat einfach nach rechts gehen sollen. Ja, oder Fahrzeug, wenn ihr Fahrzeug... Ja, vollständig, bravo, wieder am, äh, Stützpunkt angekommen, äh, wieder aufgewacht, äh, hier ist ebenfalls ihr Scharfschutz gekommen. Genau. Und wenn der Medic stirbt, dann ist das Team schuld, und wenn das Team stirbt, ist der Medic schuld. Wo Steiner? Hä? Ja, alle, Mann, sammeln wir, wir lassen uns gleich einfliegen, Leute. Äh, ich hab's auch mit, Kampfstar. Hm. Wollt noch Rad fragen, ob ich mir kurz ein Kestrel nachholen kann. Wobei ich das bis jetzt nur einmal am Einkommen benutzt habe. Ja, aber ich muss mir noch einen Einwegwerfer geben lassen. Habt ihr das an G, eh? Ja. So, sag mal, heißen die Reload Tracer? Ähm. Guck doch rein. Nee, 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 das ist ein One-Use-Tracer. Hä? Ganz ehrlich, ich hab genau diese Munitionsart nicht im Arsenal, ich bin zu dumm zu finden. Warte, 6,5 Millimeter, ich guck mal, ich guck mal, Red, ich guck mal kurz nach, ich wollte sowieso noch einen Kestrel wieder haben. Äh, kommst du, was machst du hier? Ich bin ausgeblutet. Äh, Red, hab ich mir einen Einmalwerfer nehmen? Äh, das musst du dich vielleicht eh antworten bei dir, also. Delta 2 für Alpha. Delta 2 für Alpha. Also, sie haben sehr viele Nachzügler bei Ihnen. Der Plan wäre jetzt, sie laden ein Auto und ein Quad und die Logistik auf. Hm. Äh, wahrscheinlich auf dem Ausfall, ich weiß nicht, mit dem Hamdi kann man vielleicht ein Quad anhängen. Äh, fliegen damit zu Außenposten, setzen dort die Fahrzeuge, die Infantrie und die Logistik ab und die Infantrie nimmt die Logistik mit den Fahrzeugen mit und bringt die zu uns. Komm. Kestrel, Kestrel, Kestrel. So verstanden, äh, was für ein Fahrzeug wollten wir, also in Kilien haben wir noch was anderes gibt es nicht mehr, komm. Ja, dass irgendwie alle reinpassen, äh, Fahrzeug und Quad, dass die irgendwie reinpassen und dass was klappt, hoffe ich irgendwie so. Also, wir könnten einen Backpot 10 kurz mitnehmen, komm. Ähm, 50 oder 55? Ähm, die war anders. Ja, das wäre eine Option, mindestens, ja. 66 ist unsere, ich brauche den, den Command. Einzige, dass dann wäre, ähm, die könnten die Nachschub nicht mehr mitliefern, mit dem Fahrzeugen, komm. Ähm, die, der Quilling kann Angang werden, also die Falk, oder? So, die Kisten haben, glaube ich, vier Kabelplätze, das müsste reichen, dann die Escort eine Kiste und das so, das müsste reichen, oder? Ja, mal einer im normalen Punkt, dann soll es sein. Also, Red, ich glaube, du bist einfach nur blind, die Kisten sind im Arsenal drin. Er guckt, hat sich hier zurückgesetzt. Kisten? Ja, also, die, die 200 Roundboxen. Soll ich dir in der Kiste stecken, oder? Ja, okay, ich kann gucken, was wir machen, wir sind gleich unterwegs. So, wir standen dann Richtung Außenbarsch. Wie sind das, Digga? Wie ist das, Digga? Äh, Eifert. Was für Erden? Du hast hier drin. Wie sie, ich will doch mal selber gucken. Wenn nicht, kann ich sie dir in der Kiste stecken. Also, ich gehe hier auf Magazine, dann habe ich nach 6.5 gesucht. Ja, kannst du auch machen. Gehe ich unter 200... Also, ich habe einfach gleich die 200 RND eingegeben, habe Enter gedrückt. Dann habe ich viermal den Belt ohne Bild und darunter ist der Richtige. Also, du gibst ein 6.5 MM Leerzeichen 200 RND. Nein, nein, ich habe gerade einfach nur 200 RND eingegeben. Ah, okay. Warte, soll ich dir einfach ein Mac geben? Da kriege ich zwar... Kannst du ihm auch geben. Das wäre vielleicht einfacher. Das wäre, glaube ich, einfacher. Ich lege es dir mal in den Rucksack. Weil, Red, mir werden zwar auch die vier angezeigt, die kein Bild haben, aber direkt da drunter ist das Richtige, das man verwenden kann. Das ist aber Reload Tracer. Ja. Reload Tracer heißt, dass die letzten drei oder vier Schuss im Magazin einen Tracer haben, damit man weiß, gleich muss man nachladen. Ja, aber die, die er hat, die gibt es einfach nicht. Legit. Zieht es im Nordwesten gar nicht so. Ist doch egal, der Reload Tracer macht das gleiche wie die normalen Gurte. Irgendwas stimmt dann halt gerade mit dem Arsenal nicht. Ja. Ich meine, die haben auch irgendwie... Ich gehe noch was mal tun. Die haben auch irgendwie kein Gewicht. Die haben 0,63 Gramm. Ja. Alles frei, danach wird er aktiviert. Auch funktionieren. Also, ich habe, ich habe die meine, das ist, äh, Belt Tracer Red. Also, ich sehe sie. Keine Ahnung, also bei mir sind genau die, die er hat, nicht. Das ist komisch, Kampf, da müssen wir zustimmen, oder? Ja, also, wie gesagt, ich kriege die vier anderen auch angezeigt. Die Reload Tracer habe ich drin, aber pfff. Ja, die Reload Tracer? Ja, okay. Ja, dann lief ja entweder die Reload Tracer, der hat die ja gerade in dem Magazin gegeben. Warte, warte, gib mir mal kurz an von den Reload Tracer, damit wir mal kurz testen können, ob die überpassen. Sollten sie. Ja, nö. So, retten wir uns jetzt. So, keine Ahnung, in die Osprey, da können wir doch einen Quillen einladen und wahrscheinlich einen Quot auch noch, oder? Könnte passen, ja. Dann müssen wir das nicht linkloaden. Dann einmal hier so den Quillen zu einer Osprey ranfahren. Hm, ich glaube, die sind nur Deko. Warte, geht in. Ah, ne. Ist das eine Passenger-Variante? Ja. Ist das eine Vehicle-Variante? Nö. Das ist auch eine Passenger-Variante. Kannst du nicht beladen? Nö, das sind beides Passenger-Varianten, keine Fahrzeugtransporter. Wieso gehen, wenn man fahren kann? Hm, haha. Reds? Ne, das ist nicht Red. Hallo, Reds. Jo. Keine der beiden Ospreys ist eine Vehicle-in-Variante. Bitte? Keine der Ospreys kann ein Fahrzeug tragen. Das sind beides Passenger-Varianten. Scheiße. Dann müssten wir dir in den Blackhawk unten dranhängen, ne? Jo. Ja, okay. Fahr zu denen. Ja, ja. Fahr zu denen und sag, wir hängen den da unten dran. Jo. Jo, alle zurück zum Blackhawk. Der wird geslingloadet. Hä? Hä? Ja, wo ist der Interaktionspunkt? Da. Ja. Wo ist der Interaktionspunkt? Ich habe das Wort vergessen. Komplex. Ich habe jedes Schalte gespürt. Stellaris war auch komplex. Stellaris war auch komplex. Achtung, Todeskiste. Nehmen Sie Ihre Kiste aus meinem Gesicht. Stellaris ist cool, aber auch nicht so meins. Kurz nochmal weg. Ich setze mich schon mal in den Heli. Ich muss eine rauchen. Okay, Kirsten, ich könnte dann schon mal in den Black Hawk einladen. Der Ding ist drin. Achso, warte, wo ist das MG? Hier. Schmeiß mal in deine Kiste deine Munition rein und hol dir aus dem Arsenal neue. Die Fido, lad mal bitte die Kiste rein. Die ist bei mir nicht drin, irgendwie. Keine Ahnung. Lad die Kisten in den Black Hawk. Also, wir wollen es auch nicht. Ja, Kisten einladen. Gut. Weißen wir alles rein. Hallo, Red. Ja? Wieso der Status? Weil ihr steht euch schon sehr lange an der Base. Ja, ich hab nur noch einen Scheiß nachfüllen müssen. Wir laden jetzt die Kisten ein, dann hängen wir den Quillen an den Black Hawk dran und dann düsen wir darüber. Mission ist gleich zu Ende. Ich weiß nicht, ob er das schlaft. Hast du das ernst? Ja, mit der Blackfish mach ich das nicht. Wir haben noch anderthalb Ziele. Ja, sag ich doch, Mission ist gleich zu Ende. Früher als Samstag, nicht? Äh, Freitag war nicht gestern. Gestern am Freitag, ja. Ja, dass die Mission früher als Freitag zu Ende ging. Achtung? Ja, aber gestern die Mission hat schon Bock gemacht. Ich fand die schon geil. Ja, aber die IDs... Ja, am Ende waren es ein bisschen viele. Aber... Ich fand diese zwei auf einen Place, Alter. Ja, ey, schade, dass du die gesehen hast. Ich hätte echt gewollt, dass man in unser Conway in so eine AID reinfährt. Ich auch. Weißt du, so in ein AID... Erstes Fahrzeug fährt in eine AID rein. Und, äh... Während die dann alle versorgt werden, gibt's dann Ambush. Ich wäre fast in eine reingefahren. Das war der falsche Stopp. Ich bin gar nicht gesehen, hat. Sorry. Was sind das für... Ah, wieso ist das Audio so... Was ist das? Äh, was passiert hier? Bin ich noch in Monster Gather drin? Bitte nicht. Äh, alle Mann aufsetzen auf die Passagierstots. Okay, da kommt die Musik her. So. So, wir haben das Ding drangehängt, sind alle da? Äh, warte, wir steigen gerade alle ein. Wir sind Co-Pilot. Ah, ich... Ich hab gesagt, jeder auf dem Passagiersnetz. Warte mal, hab ich mal eine Langfunk... Unser Rotor ist tot. Ah, was ist jetzt vollkommen. Unser Rotor ist tot. Warum? Der ist Papi schon. Ja. Gibt irgendwie eine Möglichkeit, hier in den Kopfschuss zu gehen, selber. Was ist denn jetzt passiert? Also Pizze, das muss doch über den Quillen drüber langen. Ja, du kennst doch die Arma-Hitboxen. Ach, nö. Bruh. Bruh. Klingt den tolls an. Ich bin schon dran. Der sollt ist schneller. Ist er denn repariert? Ja, sieht so aus. Äh, ich... Warte mal. Ein Langfunke. Hilfe. Hm, und er ist geslingelotet. Hey, Oni. Mhm. Gehst du Millennium Dawn? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Oh, nie. Soll ich einfach vorspielen, dass unsere Internetvermögen nachgekackt ist? Oh, nie. Ich nehm dich Oni. Ich nicht Oni, sondern Oni. Weißt ja, warum. Ja. Das ist der Nachrichtendienst aus Halo. Neue, dass sie. Oh, ja, jetzt fängt es mir gerade an, ja. Äh, jetzt starten wir. Der schmutzigste Geheimdienst der Welt. Nicht mal die CIA, eh so schmutzig. Sollst du mal arbeiten, die Spadens für den? Hä? Ich mein, die Spadens arbeiten sogar für den. Und die ODS. Äh, nee, nee. Die, äh, es gibt ODSTs, UNSD dafür. Die haben aber auch spezielle eigene Kommandos. Aber die haben in den meisten Fällen, äh, spezielles Warten Kommandos bekommen. Da dafür. Alpha für Delta 1. Kamst du? Ja. Wie schnell packen, dass das mit Cargo Ropes ist, der dranbleibt? Ähm, ich mach nicht so oft Slingloading. Es ist relativ unbegrenzt, du darfst nur nicht so schnell sinken, weil sonst rammst du es zu. Hallo Dolphi. Warte Dolphi, ich hab dich nicht verstanden. Was meinst du? Relativ unbegrenzt, du darfst nur nicht so schnell sinken, weil du sonst das Fahrzeug rammst, was da hängt. Ah, okay. Ich höre ein Mensch, der hier existiert. Dann gebe ich Gas. Also ein bisschen ist er schon am strugglen, der Blackhawk, aber es geht. Ja, da ist einfach nur keine Power. Was war ich denn planen jetzt, Gottlieb? Äh, wir landen jetzt beim, äh, wie heißt der Posten, irgendein Posten, äh, da vorne, Außenposten, äh, laden dann die Fahrzeuge ab, laden die Versorgung ab und nehmen die Versorgung mit nach vorne. Okay. Und dann gehe ich her und, äh, zu, mal abklären, ob man sich die Radarposten einfach vom Chat bombardieren lassen kann. Versorgung mitnehmen wird schwer, der Quillen langt genau eine Kiste. Ja, dann hat er schon die Fäsch gehabt. Nee, Scotty, gibt es da eine Möglichkeit, dass sie mich, wenn ich aus dem Hedi da rauskriege, und ins Fahrzeug selbst, weil ich weg müsste? Äh, das geht nicht. Nee, da warte ich, bis wir landen, weil ich bin richtig fett scheißen. Diese Evaluation wollten wir nicht. Ich glaube, du musst das einfach nur anhalten, ne, bis jetzt. Weil du springst jetzt schon mal Feuer ab, ne? Gut, wir gehen her und, äh, laden die Box von Charly ein. Ich glaube, du hälst das Zimmer nach dem Helikopter. Bin mir aber unsicher. So, muss ich nur noch den Scheiß da irgendwie absetzen. Gar kein Bock. Du wolltest Logistik machen. Ja, aber das mit dem Slingloading mache ich auch nicht so oft. Hm, yes. Wie lange ist denn das Seil? Fast schon ein bisschen. Ich würde sagen, geh auf 10 Meter und lass das Ding los. Wenn wir annehmen, das Fahrzeug ist ein Meter hoch, oder anderthalb vielleicht sogar, dann nehmen wir noch, ich sag mal, sechs Meter Seil. Also haben wir siebeneinhalb Meter, also fällts maximal zweieinhalb Meter. Ich bin, ja. Machen wir jetzt noch. So, so meine Rechnung. Also sollte das Fahrzeug das überleben. Ja. Und wir sind nicht, wir sind nicht über der LZ. Was sind wir? Ja, wir sind ein ganzes Stück östlich, der LZ. So, ja, sagen wir mal 200 Meter. Hä, wir sind doch beim Outpost, hä? Ja. Du sollst zu LZ-Giga-Chat, wenn du das aussiehst. Ja, aber LZ-Giga-Chat ist genau der Outpost. Vor den Tornen des Outposts ist eine sehr viel größere Fläche, da kann man gut absetzen und auch landen. Ah, ich lande das jetzt auf der Straße, jetzt stehe ich schon. So. Ich glaube, das jetzt schon auf dem Boden ist, oder? Okay. Ah, nee, geh die Wolle noch ein Stück runter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wie gesagt, ja, hier halten, achso, hast du schon released, gut. Ja. Fahr noch ein Stück rückwärts. Und jetzt den Rotor in die Bäume, bitte. Bitte nicht. Fahrzeug ist sogar ganz. Noch ein Stück, noch ein Stück, hier kannst du, glaube ich, runter. Siehst du das Fahrzeug? Ja, ja, ich sehe es. Ja, ja. So, eine Runde. Okay, Touchdown. Wow. Das wird auch in Arma 4 nicht besser, nehme ich an. Und die von Charlie, Charlie wird auf unser Auto reingeladen und unsere wird das Inventar, das Inventar ins E-Inventar des Fahrzeugs gelegt. Nehmt die Equipment-Kiste mit, die grüne, die grüne sollte von allem ein bisschen was dabei haben, wenn es richtig war. Ja, ich tu die bei mir ins Quad, oder ihr nehmt sie einfach mit. Ja, das ist die... Dann, dann fahr ich, dann fahr ich einfach schon los. Na, warte. Nehmt doch auch eine Kiste mit. Da in der Kiste ist auch... Also, wenn ihr die alle bei euch reinladen wollt. Es geht nicht. Ja, dann hätte sie mich vor der Nase wegnehmen sollen. Sorry. Warte, ich lade die Kiste aus, weil auch deine Munition... Jetzt brauchst du dich wieder hertragen. Mach meine Maus. So, da sollte unter anderem ja, da ist etwas für dich drin. Und da ist die MG-Munition drin. Die ist wichtig, die muss mit. Ja. Sag mal, für Kamsau. Kamsau, ich höre dich. Na ja, wo seid's denn ihr? Wir sind genau auf der Turmmarkierung in dem Radargebäude. Genau auf der Turmmarkierung in dem Radargebäude. Auf dem Flugfeld nehm ich dann an. Ach. Äh, Samu, ist der entweder. Joa, ich komme mit ein bisschen Versorgung und einem anderen Team, das hinter mir dann fährt. Eventuell, ich weiß nicht, die laden hier noch um und... Keine Ahnung. Ja, ich höre auch irgendein Problem. Äh, Alex zahnte Stimmchen, also passt schon. Hm, mein LKW. Hm, mein LKW. Und hier geht's offroad weiter. N-n-n-n-n-n-n-n-n. , ms-n-n-n-n-n-n-n. Danke. Das ist der Ifritz. Mit dem Radargebäude, Turmmarkierung. Ja, Status, wo seid ihr? Ich bin jetzt außerhalb des Flugfelds. Er fehlt Turmmarker. Weg bis dahin sicher? Ja, soweit schon. Norden könnte feindlich sein, aber... Von Süden bis zum Turm geht es sicher, ja. Wieso darf ich nicht reinfahren? Klauswacher ist Fahne 160, dasselst südlich von uns Kaufsau gerade? Fahne 160, das ist ja südlich von uns. Wieso darf ich nicht reinfahren? Ich habe jetzt im Radargebäude geparkt. Hallo Deadman. Hallo. Ich habe eine Kiste mit Versorgung im Quad, das steht hier drüben im nächsten Raum. Ja, habe ich mitkommen? Ich bin bei. Megatift, Megatift kann er nicht, wir haben Anti in Ordnung. Megatift, Megatift kann er nicht, wir haben Anti in Ordnung. Ach so, ich dachte Mason ist vor mir umgekippt. Nee, den hat es noch nicht umgeschlossen. Ne, weil der ist direkt vor mir die Treppe hoch, deswegen dachte ich. Ne, ne, das ist so, das haben wir. Warum möchte ich dich gerne nicht aufwachen? Ne, ne, warte. Mag ich erstmal Angst hinziehen oder sowas? Gute, das ist das Badezimmer. Komm mal runter. Oh, geht es denn hier auf dieses Scheißdach? Aufpassen aber. Nordwest, hinter den Weizen vom Weizenfeld. Nordwest vom Weizenfeld. Ach, come on. Genau das meine ich. Mit runter kommen. Ja, genau. Kam es doch Nordwest am Weizenfeld. Ja, ich versuche gerade noch auf eine Position zu kommen, aber die FPS werden wieder schlechter. und Treppen ohne Gelände sind dann halt ätzend. Ich krieg jetzt gerade irgendwie... Alter, das stresst mich gerade. Bis jetzt ging es doch. Der schläft aber lange heute. Wo sind wir? Da, auf Weizenfeld links. Da sitzt. Achso, wir sehen es. Ja, genau. Von mir ist ja entgegen das hinlegen. Drei Sekunden. Oh, ein PHP-3. Okay, ich mach meine AP bereit. Ich hätte das in 200 Meter. Kampf nach dem Rainfinder? Äh, jo. Give me a second. Verschwinde deine ganze Munition. 3,27. Bitte? Drei. Siebenundzwanzig. Check. Hier auf drei. Ich schieße. Treffer. Komm schnell wieder rein. Brennt. Ja, brennt. Ich hab noch ein Magazin, Scheiße. Mason. Ja. Unten im Gebäude ist ein Quad, da ist eine Kiste drin. Gleich. Ach, okay. Ach, okay. Hütten sind links drauf. West, glaub ich. Auf Feld. Bei Weißen Feld. Ich hab's eingeschaltet. Hier lebt immer noch. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Tüte, grün, gelb. Vor allem grün. Ja, so wird das dann. Dann kommst du bei ihm mit. Dann gleich mal die Radarste und dann rein. Ja. Ja, so mit, Charlie. Die Kiste ist mit den... Keks, bist du in Hörreichweite? Ah, check. Ich hab's bekommen von Scharfschlitte, dass in Quartner Kiste drin sein soll. Ja, perfekt. Alles klar. Mason, die Kiste ist eigentlich für Alpha, aber wenn ihr unbedingt nötig habt. Der Rest braucht nämlich noch in der Weide. Nimm einfach. Wir haben wenig Munition verbraucht. Die anderen Kisten sind auch noch irgendwo. Ja, die sind in den Quillen, aber der gehört dem anderen Team und weiß Gott, wo die sich rumtreiben. Also der Heli ist kaputt und mein Plan war, dass Wett einfach hierher kommt und mit dem Jet zurück zur Welt fliegt. Ja, kann auch machen. Weil die Jets wollen ja eh behalten. Keks, wo kommst du? Was? Wenn du gerade nichts zu tun hast, ich könnte, glaube ich, ne Naht gebrauchen. Na Frage, wo bist du? Im Obergeschoss, Fenster Richtung Nord ausgerichtet. Okay, I'll try to find a way up. Und Eugen greift jetzt hier was ab, also ich war noch, aber ich dachte, alles hätte bestimmt fertig, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin mir gerade unsicher, was da abkommt. Ja, wir sollten ja vereinfachen werden. Ich denke aber nicht. Ähm. Hi first. Die Magazine, das ist ja frech. Oh Gott. So. Äh, Deadman, lass mal ganz kurz oben auf den Tower, vielleicht hast du einen Blick auf die Garnison und alles. Lass mal ein bisschen ausspälen, außer wir fallen da dreißig Streppen. Hallo. Hallo. Warum bist du denn jetzt in einem anderen Drop bei mir? Oh! Hier draußen, hier draußen, ne nevermind. Hey, du bist gelb, du bist nicht weiß, oben weißt du deinen Namen, Schriftzug. Hm. Hm, das ist seltsam. Oh Gott, das ist. Ah, okay, passt. Okay, passt. Hey. 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 Wir haben dich versucht zu retten, es tut mir so leid. Yes. Ich meine, ja, die generische Scheune Nummer 3 da oben ist ja auch das Ziel, das bewacht werden muss. Weswegen ich in eine Fight Patrouille anscheinend rein bin. Stehen da irgendwelche, ähm, super Sonder... Eselficker. Super Milchkühe oder irgendwas? Eselficker. Hey, die Scheune war komplett leer. Da waren nur ein paar... Eselficker. Esel. Ja, aber da stand ja auch noch keine Esel, weißt du? Ja, aber die haben die gefressen. Uff. Gebums gefressen. Das ist ja so eine, so eine... Es sieht außer wer, außer mir noch, wer das, das MG von diesem Jet Mündungsfeuer hat. So. What? Da. Ne, bei mir nicht. Ne, bei mir nicht. Ich hör dafür permanent, dass hier irgendjemand die ganze auf der Stelle läuft. Ich hab gehört, da kommt ein Fahrzeug irgendwo. Uff. Äh, wo? Ja, das ist tot. Kann das sein? Der Panzer, der denn brennt? Ne, Alex hat gesagt, da kommt noch was. Okay. Ich hab ein AT-Mittel, also. Na, Keks, hast du eigentlich inzwischen ein Grießpudding? Ja, ja, den hab ich mittlerweile auch schon wieder verlichtet. Ich hab mir jetzt was Schönes geholt, weil ich hab mich erinnert, in der Küche lagen noch Donuts mit Haselnussfüllung. Hè? Hey! Kommst euch Fein bei dir vorbei, jetzt reißen wir jetzt mal zu will hier an. So schnell findet man neue Freunde. Einfach mal sagen, was man zu essen zu tun hat. Also waren doch schon Freunde. Mhhh. Na, die schießen einfach, worauf schießen die denn? Ich seh keinen Feind. ja ich weiß nicht wo bravo ist man nimmt mich klein blümelein und ich weiß gar nicht warum ja also mit man so ein bisschen hin und bravo braucht die logistik ich höre tatsächlich ein fahrzeug aber von wo weiß ich noch nicht ganz hinter uns sein von bravo sie setzen bitte wenn es möglich ist weiter richtung kommt man hier irgendwo aufs dach außen glaube ich eine treppe wo ist die treppe nach unten verdammte scheiße hier ist eine außentreppe irgendwie muss man doch da hochkommen ich gehe mal ganz kurz runter um zu gucken wo die sind kann ja nicht so schwer sein mit dem auto hier runter zu düsen links rechts links rechts links rechts das kommt oben vom radar stellung ja ich springt gerade natur ich habe herausgefunden wie er jetzt um kommt ins beim rot-weißen turm unten nord-sündost rot-weißer turm ah dieser rot-weißer turm drei zwei treffer drei schuss oder gibt noch blutwolke blutwolke und blutHave bluthoch bluthoo bluthoch Mir gefällt nicht ganz, was ich da höre. Ja, B-Wat. B-Wat. Äh, B-Wat, wir setzen auf Fahrzeuge auf. Äh, B-Wat, meine Jungs und Mädels, wir setzen zurück zu dem Fahrzeug, was wir stehen gelassen haben. Da ist doch ein Feind zwischen den Helikoptern, Rett ist da und... Sani zwischen den Helikoptern. Ja, ne, wir retten so lange auf unsere 40, scheißegal. Weg da, weg da, weg da. Hallo, wo ist Logistik, hallo, wo ist Logistik, hallo, wo ist Logistik? Warum red keiner mit mir? I don't know. Da ist nichts drinne. Wo ist das andere Team eigentlich? Die sollten die Kisten haben. Die ersten Einschleig wegfahren. Einsteig wegfahren. Mason? Ja, dann kann ich mal, äh... Ja, war ich. So hoch. Kann fahren. Ohne Wiss. Das ist drittin oder so. Ja. Das ist drittin oder so. Das ist drittin. Hört ihr nichts von mir gleich, dann bin ich... Wohin wollen wir eigentlich? Hallo, wer ist das? Ja, nicht stimmt. Es ist drittin. Bin ich kaputt? Es ist drittin, aber ich weiß, dass es ist der Start. Dort werden sie aufgemunitioniert, weil das die Kiste von ihren Leuten ist im Bravos Fahrzeug. Deadman Cookie, wie geht's heute? Grün. Oh, Vorsicht! Oh mein Gott, sorry. 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 Sammeln unsere Logistiker fliegt mit nem Helikopter weg. Ja, so mit. Ja, ich würde euch ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nehmen wir schlägen die ASD ein. Oh. Haha. Mitten durch. Uh. Woo. Was für ein Lila... Ach, in der Stadt. Was für ein Lila... Ach, in der Stadt. Ja, und wo sind jetzt alle? Hä? Ne, das ist ros. So farben nimmt sich nur alles. So. 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 Ja ich guck mir grad ein Gebäuse an, von dem ich vielleicht was machen könnte. Ich markier's, wenn's was ist. Ja, such dir einen der Hochhäuser oder so, leg dich da drauf, ich weiß nicht wie sehr du führen kannst. Bei uns, wie sieht's bei uns eigentlich mit Munition und so aus? Habt ihr genug? Tja, die hab ich dabei. Kann ich hier hochklettern? Ab. Haha. Ah, I see. Dieses Loch ist eigentlich gar nicht da, nur von unten. Hä? Wie ging die vorbei? Hahaha. Du, kommst doch hier, wir sind in so nem Hangar, du. Alles klar, Moment, kommst doch, alles gut. Ich bin in der Position nach Fass. Ich bin in der Position nach Fass. Kampf soll kommen? Ja, hört. Ich habe Sichtkontakt zu ein paar zivilen Sanitätern auf der südwestlichen Seite der Krankenhauskomplexe. Ja, somit. Äh. Die stehen im, ich glaub dritter Stock ist das. Äh. Okay, ja. Um jedenfalls alles was feindlich ist, hast du grüne Freigabe zu erledigen. Boah, somit. Hm. Ne, in den Bunker kann ich nicht reinschauen. Hier wär so ein SSWT-Kit ganz geil. Das ist ja eigentlich die. Das war der Typ-Denk. Das sind unsere Top-Kicks. Glaubst du auf Vorsicht, wir haben jetzt eigene im Bereich, äh. Die nicht in den Rücken schießen blieb. Ja, ich hab hier ne Patrouille zwischen mir und dem, äh, verbündeten Trupp. Die könnten entweder mich angreifen oder den anderen Trupp umlaufen. Ne, ich seh's. Die sind gerade, äh, am Kampf gegen die Patrouille. Die sind gleich. Warte, du bist ganz woanders. Ne, never mind, ja, Bravo bewegt sich zu dir hin. Alles easy. Du lebst noch, oder? Ja, und so schnell kommen die auch nicht zu mir rauf. Ich bin schön. Okay. Weil die Sache ist, ich werd halt einfach nicht geboren hier. Ja? 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 Hallo? Wir verlegen auch mal raus, wir verlegen Position Lead. Denmen hast du so mit, wir verlegen zu Position Lead. Damit wir die ganze Saison einsehen können. Denmen? Warte. Alles klar, ich dachte, du bist irgendwo runtergefallen oder? Ich bin unterwegs. Ja, somit wir folgen circa der schwarzen Linie. Wir haben ein Jet in der Luft, ist das unser? Ja, Süden. Ja, der... Der hat getroffen. Der hat zum besser getroffen. Ja, ich glaub, die haben grad so ziemlich mein Haus umstellt. Oh no! Try to hold your position, mate. Wir sind am anderen Ende bei Position Lead. Ja, ich mein, die müssen eine Leiter hoch um zu mir zu kommen. Also, ich schieß zuerst. Ah, dann ist doch easy. Ah, blöde armer Wandkollision. Äh, ich back... Jetzt hab ich mich hier festge... Ja. Schön! Schön, dass man sich so gut in diesen Dingern festbacken kann. Ja! Ja! Teleportier dich halt! Dämmer. No, no, der soll nicht aus Offenmilition. Ja, Situation ist hier doch ein bisschen blöder. Feinde teleportierten sich aus dem Aufzug raus. Unsichtbare Wände blockieren Schüsse. What the fuck ist hier los? Flieh! Spider-Man, flieh! Wir können dir nicht helfen. Äh, markier deine Position. Ich versuch Bravo dran zu sitzen. Aber Bravo erreiche ich nicht. Aber Bravo! Also hier die eine Hälfte. Wir können dir nicht so gut. Objektiv, was du willst? Ich bin, was du willst. Oh! Ich bin mitmachen, ich bin. Ich bin ganz obertaus. Okay, ich bin hier. Komm so, Getschen, Okur? Ja. Ich setz dir bravo, unser halb kompetentes Team, die hauen dich da schon raus, nein Spaß die sind kompetent, aber die hauen dich hoffentlich da raus Ah ok, hat schon einen gesehen Ah ok, hat schon einen gesehen Nein, da sind unsere Hm Ah ok, hat schon einen gesehen Hm, das sind wir denn gewollt Ja 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 Auf dem Dach Ich bin los Da ist einer vor dem Haus, Samuel Ja, da oben angefangen Hier sind ein paar mehr drinnen, hab noch ein Lass mich mal mit hoch, als erstes Eigener Ja, achtet auf Pld, wo auf jeden Fall noch will Sagt das, bevor ihr in die Leiter hochklettert Sorry, ich dachte du bist down Zwischen der nur eben, du musst dir echt aufpassen, die versteckt sich Justin, einmal den Kampfdruck kümmern Ich war... Ich war weder down noch habe ich irgendwelche Verletzungen Das Problem war das ganze Gebäude wurde umstellt Das muss ich nicht erwischen Frontal Bravo von, äh Korrigiere, Alpha von Bravo, komm Geht's euch gut? Ja, positiv, hab wieder was gelegt Frontal noch vier in der Routine Pass auf, äh Gegenen Meldungen haben Position von, äh, Schachstürzen erreicht Schachstürzen wurde sanitätstechnisch versorgt, komm Ich hab da vorne vier Stück Ich hab da vorne vier Stück Verhalten mich alle? Zieh noch nicht Passt Wir ziehen wieder zusammen, treffen uns unten am Ausgang des Gebäudes, äh, sichert, wer unten ist, sichert unten mal den Ausgang, äh, wir rücken von hier aus wieder aufs Krankenhaus zu und unterstützen Charlie, ausführen Ja Sag mal, bekommst du? Hör dich Ja, ich würde auf eure Position zurück verlegen Ja, komm, ich will nicht weiter Ah, und jetzt fangen sie wieder an aufs Gebäude zu schießen Von hinten, von hinten Ich höre, ich erreiche Cookie nicht ab Vorsicht, Schüsse, ich bin aufs Gebäude gefallen In welcher Richtung? So? Äh, war nicht fest, ich will mir bei einem Treppenhaus aus, so geht das Aus Notaus Ja Ich bin aufs Gebäude Ich bin aufs Gebäude Ja, wie geht's da? Ja, ich bin aufs Gebäude Ich bin aufs Gebäude Ich bin aufs Gebäude Ja, ich bin aufs Gebäude Kampfsau, äh, ich markier dir unsere Position mal. Jo, hat wieder ein Quadgeschrottes. Wundervoll, wir sind in Position circa Lead hier. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Vielen Dank. Oh. Oh. Ja. In Datman, machst du den Logistik-Heddy schon mal darauf bereit, dass der uns am Krankenhaus abholt mit den Geiseln? Ist er schon. Der steht am Treibstofflager. Wir müssen ja die Sanikisten noch zum Krankenhaus hinbringen. Jaja, deswegen, alles klar. Aber der hat jetzt nur den Blackhawk, also... Ne, passt ja, die Saniks müssen ja nicht mit raus, sondern nur wir. Das müsste ja passen, oder? Blackhawk? Weiß ja nicht, wieviel sitzt Platz er da hat. 15 vielleicht? Höchstens? Ja, müsste ja passen. 5, 4 und 4. Ist denn wer? Ja. Das ist ihn. Mal hoffen, das passt. Ja, sonst müssen halt zwei Leute irgendwie zurückbleiben. Ach. Komm so, geht's dir gut? Äh, bin unter Beschuss auf freiem Feld. Ja, wir hören's. Wir gucken, ob wir dir helfen können. Zum Glück habe ich meine Deckung mitgenommen. Oh, fuck. Oh. 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 Frage, wo steckt der? Nordwest. Jo. Ich bin circa auf der roten Linie. Oh, natürlich ist jetzt leer. Zum Glück habe ich die Kiste mitgenommen, sonst hätte ich jetzt gar keine Entdeckung. Oh. Ah, wir treffen uns alle drei am Eingang. Äh, wir suchen mal Kampfer. Team Klein. So, mit Kekse. Ich denke, die Eganisierung können wir uns gesichert erklären. Oh. Ja, so mit am Eingang sind noch ein paar. An. Kommst du, wir setzen jetzt aus dem Eingang rauf. Falls sie nur legen. Ja, ich lieg hier auf einem freien Feld. Zum Glück habe ich die Munitionskiste mitgenommen, sonst hätte ich gar keine Deckung. Ich will einen Scharfschützen, glaube ich, ein Feindlicher. Ja, das ist Samu. Ich sehe euch, ich bin direkt südostlich. Ja, Depp, wenn du nur Pfeil den Jet einfach umsetzen lassen. Mach ich grad schon. Na, perfekt. Du bist einfach viel schlauer. Hm, denk's voraus. Kommst du, mach Piep. Perfekt. Perfekt. Südost. Ach so, okay, perfekt. Alles klar. Ich sehe die Kampfsorkiste. Perfekt. Da sitzen wir dorthin und, äh, dann, äh, ziehen wir uns auch zurück zum Krankenhaus. Kampfsor, willkommen zu deiner Rettung. Aber ich sehe euch. Vorsicht, in dem Wald könnten noch einzelne Infanteristen sein. Okay, ja, wir haben ein paar getötet auf dem Weg hierhin. Und ich hatte eigentlich gehofft, ihr habt ein Auto. Ja, ne, ich muss dich leider enttäuschen. Die Pferde waren leider auch aus. Wir springen halt nochmal irgendwo hin. Du kannst die Kiste da lassen, scheiß auf die Kackkiste. Nein, die hat mich gerade gerettet. Ist das jetzt so dein Stolz, die wieder mitzunehmen? Erstens das, und zweitens, wieso sollten wir denen unsere Ausrüstung da lassen? Na gut, ne, aber... Gehen wir halt. Einfach im Norden auf der Hänsel irgendwo... Ich hab das Gefühl, sie bluten, junger Herr. Hm, wirklich. Kannst du mal gucken? Ja. Ne, du hast nur Schmerzen. Warum kann ich... Ah, jetzt. Ne, er blutet tatsächlich. Ansonsten kann der Helikopter uns ja zuerst hier abholen. Glaub ich nicht. Ne, der muss dann die Titzkissen abliefern. Die paar Meter gehen wir. Und dich befehle ich dir, wenn deine Atletz abfuttert. Ach ja. 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 Rund um das Krankenhaus, äh, für die Lieferung der Sanitätskisten. Außerdem ist das auch unser RCB-Hili. Ähm. Suchen sie in den LZ, markieren sie die und markieren sie die dann auch mit Farbing rauf. Kurz vorher durchgeben, damit ich dem JTAG was scheiß an kann. Ja. Und ausweist beides. Obst nach Norden Richtung Radar. Ähm. Ja. Ist nicht schlimm. Da müssen wir es halt nur gleich, äh, am besten mit einem ihrer Autos, äh, die wir aufgesammelt haben, die Kisten dahin bringen kommen. wir warten darauf dass er im neuen tankenhaus als hätte gefunden wir setzen die autos nach zu eurer position also müssen ja doch irgendwo autos ein ja da in der lagerhalber position charlie kuchen wir mal die anderen beiden autos ok tanks war auf der anderen seite aus eigentlich wir können los die straße und dann zu blau markiert lz fragezeichen geradeaus rechts blaue linie gleich auf dem gps rechts straße folgen und dann hast du blaue linie hier vorne links in delta 2 lz markiert lz fragezeichen wird mit blauem wort markiert anflug frei und landen hier hallo jungs schöne arbeit hast du ja trotzdem hochfliegen hp2 absturz hilly wird angeflossen niemals vor dem leitenden offizier salutieren sammeln die hrp2 absturz verschoss ja aber das kleinkaliber holt ja kein heli runter ja auch egal hehehe alter ich die granat noch rein was kannst du damit schießen hey flog im akkobus holy shit snow komm runter hier darf ich kollateralschaden verursachen fuck off ja in nem scheiß krankenhaus musst du ultra aufpassen was du anschießt ne gegner wirft ja einfach nur noch granaten in die fresse ne die fern nicht aber wir sanitätsmenü inject morphine genehmigt nein 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 snow ist ruhig und gekommen ja da darf ich bingo machen was bin ich bist ruhig und zu sonnen sag ich mal 40mm ja du kannst du achten 45mm nehmen ja wer ist froh du erstmal was mit 40mm in der hand ne naja snow es kommt nicht nur auf die länge an sondern auch auf the girth hehehehe 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 yes i know hehehe but the only thing i say about that is wer bringt das hehehehe snow wie gefällt dir meine mobile deckung hehehe super die hat mir grad auf dem feld das leben gerettet hehehehe ja das ok also sein heli der roter da war ein kurzes fuck off was man weg musste willst du unbedingt ein mod reinbringen wo man das so ein freiband auf dem anderen soldaten der kit aufstellen kann hehehehe fleisch nachfetter was willst du heute von mir hehehehe hehehehe also mein ganzes was wollt ihr heute eigentlich alle von mir erst kommt Tim vorbei dann hab ich wieder einen timer auf dem discord und ich weiß nicht warum wenn du hier wieder trillst oder hast wenn du hier wieder trillst oder hast weil irgendwo gibt es Beschuss die muss mit die muss mit die Kiste muss mit ja ja mach ich mal kommt her die Kiste nehmen jeweils eine Kiste immer auf einem Fahrzeug aufladen und ich weg drei Fahrzeuge und fahren die Kisten zum Krankenhaus Samuel Alex Team brückt die Kisten weg ja ja somit dann stelle ich eine Kiste jetzt hier neben das eine Auto und lad die auf so jetzt liest du mit der anderen mit der anderen mit der anderen Handy auch zum reparieren ich gehe auf den Killing mit Minigun so haha ja kann ich so Kiste ist geladen ja die Sitzplätze haben wir hier nicht genommen nein wir haben noch ok die Kiste was ist mit der Ausprall Delta 1 check nein da ist noch mal die Räikköse sind die fähig aus aus dem fliege dem rück aus dem fähig auch fähig auch fähig um es tut mir leid ich hab gesagt vorsicht es gibt es genau der ich habe auch schon abziehen er ist er soll er er sagt dass er sich er 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 Nein, Bravo nicht auf den Blackhawk, Osplay. Wäre es nicht klüger, die jetzt in Blackhawk zu lassen, die dann die Ghana besitzen zu lassen und uns Air Support noch zu geben? Der Blackhawk kann auch nicht fliegen. Wäre es nicht klüger, die jetzt in Blackhawk zu lassen, die dann die Ghana besitzen zu lassen und uns Air Support noch zu geben? Achso. Weder kann ich fliegen mehr. Dann muss ich auch meine Kiste wieder mitnehmen. Der kann noch nachher fliegen, jetzt noch nicht. Ah ok. Bravo ist jetzt auf den Osplay auf und sobald Charlie zurück ist, passen wir alle in den Blackhawk. Das ist doch eine Kiste. Das ist meine Deckungskiste, die muss wieder mit. Achso. Hier ist auch noch Munition für dich drin. Ja, die brauche ich aber wahrscheinlich nicht mehr. Oh, oh, oh! Soll ich dir jemand weg auf die Kiste kommen? Nein. Hm. Was passiert da? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Das habe ich nicht gerade gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Die andere Truppe ist schon hin, oder? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Die andere Truppe ist schon hin, oder? Ja, ja. Die sind schon alle vor. Ach Mann. Oh. Oh. Da hat man keine Worte mehr für den Kampsa, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, Carlos. So ein großes Feld, und du schaffst es das einzige Gebäude zu treffen. Ich habe das Hausleitchen nicht gesehen. Das war ab. Das war facken. Und dann, weißt du, ich wollte hier eigentlich nicht landen. Ich wollte nicht auf dem Kopf landen. Das Problem war, auf Steuerung habe ich noch bei mir runter gehen. Und ich habe gerade gepumpt. Auf einmal merke ich meine Energie. Oh no 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 no. Ja. Me 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 me. Also, Carlos, du weißt ja, in Fachkreisen nennt man sowas einen Kek-Move. So? Ey, aber der wollte das für nicht zu laut sagen. Glaubst du, oder? Ja. Der, man, der soll abheben. Glaubst du, das wollte Kek-Nast für nicht zu laut sagen. Weißt du, oder? Ach. Ach was. Man tötet sich wieder bequärt. Ach, jetzt muss ich ein bisschen vor uns doch nicht. Ja, das wird ein Hauskampf ein bisschen zu spät. Ja, das wird ein Hauskampf ein bisschen zu spät. Wacken. Äh, was haben wir jetzt? Ja. Wohl hier am Spur. Ich bin nicht Samuel. Ich weiß. Ne, du bist ja nicht ohne Auto, ich weiß. Jetzt weiß ich auch, wo das Fußballfeld ist. Naja, wir sitzen auch im Fahren zurück. Ja, stimmt auch. Ne, aber ich habe dieses Dreck. Beschuss. Los. Am Airfield ist noch eine... Nein, wir fahren zurück. Einen... Entweder man muss mir eine Route malen mit den Phunalaninen Na, wie ich weiß, wir folgen ihm, Charlie. Ein richtig wichtiges Paw patterns Stück. Ich bin mittleres Fahrzeug dann, ja, mit, da folge ich. So was tun wir jetzt? Wo fahren wir hin? Wir fahren nach Hause. Aber wir können doch einfach... Nein, nein. Jetzt fahren wir. Wir sind schneller. Wieso einfach, wenn es auch umständlich geht? Die grüne Linie geht über eine große Bergkette. Das wird nicht funktionieren. Okay. Ich habe keine Ahnung, wir trusten jetzt einfach mal. Ich habe einen Leck. Oh mein Gott. Let's go, Junge. Loser. Habt ihr es geschafft über den Bergkuffer? Deadman? Nein. Wir rollen noch. Okay. Wir hatten nicht genug Anlauf. Ihr schafft es ja aber zurück zu Markku. Als Ili. Okay. Willst du fahren? Äh, dann treffe ich den Weg wieder nicht. Doch witzig mit 100 den Bergkuffer zu düsen. Ja. Wie gut das geht. Zack. Jetzt rüber. Ja, perfekt. Wir sind schon in der Stadt. Fahrt einfach hin und zurück. Kautsch will in der Verfolgungsjagd mit denen. Ruf, unser Engine ist rot, wir haben einen Baum gerammt. Oh mein Gott, wo seid ihr? Auf dem Berg, ich nehme an, wir rauchen. Ja, rollt den Berg noch irgendwie runter, ich hole dich ab. Klar, ich fahre nicht weiter, aber mein Team hat einen Baum gerammt, ich hole dich ab. Nordöstlich der Kreuzung, blaue, schwarze Linie. Ja, können Sie mich anrasen? Not, nein. Ich sehe ihn rauchen, ja? Ja, da stehe ich immer noch. Westhalten. Und den gleichen Baum rammt. No, das schafft noch nicht mehr was. Versucht mich gerade zu verarzen, bevor ich ausblute und umkippe. Ja, schlägt raus. Hallo, sag doch was. Hallo. Cookie verarzen, Axkars einsteigen. Okay. So, jetzt müssen wir leider mit meinen Fahrkünsten klarkommen. Oh Gott, wir werden sterben. Oh Gott. So wie das da? Alles gut. Easy. Alles easy, ich dies hier trotzdem mit 100 durch. Ja, ich hab ihn immer im Nadeln. Ja, bis wir sterben. Bei 150 verarzen, let's go, Junge. Wuuu. Ja, schön nähen und skalpellieren. Ja, ja, ich sag ja, bei 150 fliegt die Nadeln von alleine durchs Fleisch. Jetzt mal Magazin repacken, damit ich ja wieder einherzbereit bin. Ich meine, auf Kriegsschiffen geht das auch irgendwie, also hey. Die haben ja auch schon. Und jetzt machen wir einen vorsichtigen kleinen Schnitt. Da kommt so ein Karwenzmann und ich hoffe, sie brauchen die Milz nicht mehr. Ja, das klingt großartig, dass sie die Milz gespendet haben. Immer wieder gerne. Äh, ja, überleg mal, kommst du an fliegende Lazarette oder sowas? Wuff. Hm. Kennst du ohne Grenzen oder sowas? Aber beim Notfall... Ich glaube ja nicht, dass die an Bord eines Helikopters oder Flugzeugs verarzten. Auf jeden Fall nicht operieren. Auf jeden Fall nicht operieren. Auf jeden Fall... Ja, das ist Notfallzeug, aber ich denke nicht, dass die operieren. Nee, das nicht, aber einfache Sachen werden die da schon an Bord treiben. Also so auf den Christophs und so. Nur vielleicht auch die Schiffen haben die irgendwie so einen speziellen Raum, was das automatisch gimbelt. So halt, dass sie in der Luft schwebt und dann halt so gimbelt. Vielleicht auch modern, aber ich denke nicht, dass sie das früher hatten. Nee, ich glaube so nicht. Das stimmt auch wieder. Aber wahrscheinlich macht die Masse auch einiges weg da. Muuu. Äh, wenn du dich nicht bei Wilhelm unterwegs warst, weißt du, genau. Winter 1940, irgendwo in Nordatlantik. Auf HMS Sheffield liegt Private Burnham auf der Liege und denkt sich nur, Scheißtag für eine Operation. Der Wellen... Es ist eiskalt, es regnet den ganzen Tag und der Wellengang setzt selbst dem stärksten Magen zu. Ja, boi, das klingt wie tausend und eine Nacht. Wenn du auf Nightmare-Ingang stehst. Oh, wieso kann ich, muss ich dich denn pardon? Okay, dann bin ich noch richtig gesprochen. Max Carlos, ich habe mich pardon. Da hat es sich widerwärtig eingestellt, das Auto macht pardon. 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 Entschuldigung, scheiße. Oh, nein, nein. Oh Gott, wir machen jetzt hier Tokio-Treffen. Pardon. Wann wäre ich mit der Mirabno angeflogen? Pardon. Dann hätte ich auch mehr Sicht gehabt. Pardon. Beide. Pardon. Ich gebe dir gleich Beide. Ich gebe dir auch gleich Beide. Er ist nicht tot, er ist nur müde. Er hat Beinkrämpe. Der ist aufgad, deswegen bringe ich ihn wieder rein. Bin ich aufgad. Und jetzt sieht sie esk aus hinterher. Nein, Alex, da stehe ich drüber. User left your channel. Piu-Piu. Helfen Sie mich, wenn wir fahren. Piu-Piu. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Channel switch. Pardon? Äh, pardon? Ey, wer zieht mich denn da wieder am Schleppinchen durch die Gegend?